Ja, hallo Marc, ich freue mich, dass du am Interview teilnimmst. Das Projekt heißt Dystopia Utopia. Es geht um Utopien und Dystopien. Das ist im Rahmen eines Stipendiums und ja, ich habe schon ein paar Interviews geführt zu dem Thema und freue mich jetzt dich dabei zu haben. Das Thema ist ja ein recht großer Raum und wir sind gerade in einer Zeit, wo Dystopien und Utopien eigentlich sehr stark im Raum stehen. Also die Klimaapokalypse oder der Umbau der Gesellschaft oder eine Pandemie, die die ganze Gesellschaft umfängt. Andererseits gibt es ja auch ältere Dystopien, die jetzt immer mehr im Gespräch sind, wie die Vision von Huxley und Orbel. Dann ist Transhumanismus ein Thema, das immer aktueller wird, genauso wie die Idee der Singularität. Also Computer, die immer menschlicher werden oder vielleicht sogar irgendwann ein eigenes Bewusstsein entwickeln können. Ja, was sind so die Dystopien und Utopien, die dich so umtreiben? Ja, ich finde, also was im Bereich künstliche Intelligenz ist, da finde ich es eigentlich relativ entspannt, weil meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach, nicht meiner Meinung nach, ist es ja so, dass sie immer auf dem, auf Grundlage dessen arbeiten, was da eingespeichert wird und wie es nützlich ist. Und wenn jetzt eine menschliche Gesellschaft entscheidet, dass jetzt eine künstliche Intelligenz, so wie Thanos da im Comic-Universum entscheidet, die Hälfte der Menschen müssen getötet werden, dann macht das ja nicht die KI, sondern die künstliche Intelligenz, sondern machen das ja immer noch Menschen oder Menschen befürworten die Entscheidung. Also deswegen, da muss ich sagen, habe ich nicht so Bedenken vor. Dann bei Huxley, also oder ich habe da Bedenken vor, weil Menschen halt scheiße sich verhalten können, aber sagen wir mal, da ändert die KI nichts dran. Im Gegenteil, da könnte es sogar sein, dass manche Lösungen unerwartet vernünftig von der KI vorgeschlagen werden und dann vielleicht, weil die Katastrophen so schlimm werden, dann auch da auch mal angenommen werden. Also es gibt ja sehr einfache Lösungen, zum Beispiel keine Tierprodukte mehr verwenden oder so. Das könnte ja dann der Tag kommen, an dem man immer noch einsieht, dass das auch tatsächlich zu einer nachweislichen sofortigen Verbesserung von irgendwas führt. Dann diese Huxley-Sachen, die kennen ja jetzt eher die Älteren wie wir, die, ich weiß nicht, ob die Jüngeren da noch so eine Angst vor haben. Das ist natürlich im Prinzip die Idee vom Bewachungsstaat, kann immer passieren. Es ist auch unabhängig davon, ob du Big Data im heutigen Sinne von Datensätzen hast, Telefondaten, alles mögliche, Rechnerdaten, Suchverläufe. Du kannst das auch über Menschen lösen. Da gibt es ja viele Beispiele für Argentinien, DDR, Nazis und könnte ich jetzt endlos weitermachen. Überwachungsstaaten, Nordkorea im Prinzip auch, da wissen wir nun nicht viel drüber. Also so gesehen, auch hier wieder, wenn Menschen sich scheiße verhalten, können sie auch Überwachungsstaaten kreieren. Wir erleben es ja live. Das passiert ja dauernd. Also ich kann mal ein kleines Beispiel sagen. Also ich war mal in China, in Peking, da häng auf einmal ein Zettel an. Damals musste man auch in Internetcafés geben, weil es kaum WLAN oder gar kein WLAN gab. Da hing ein Zettel dran. Ab heute kein, weiß ich nicht, was das war, irgendwie, es ist keine Suchmaschinen mehr oder so. Und ich meine, dann kannst du halt Gesellschaft darauf reagieren oder nicht. Dann kannst du als Gesellschaft sagen, der Mehrheit, wir möchten das aber und sorgen dafür, dass das jetzt politisch und technisch möglich wird. Oder wir sagen, ach ja gut, dann halt nicht. Natürlich hängt das von Tausenden von Einflüssen ab, aber auch hier wieder, es steht und fällt damit, dass die Menschen halt, bevor der Wahnsinn anfängt, sie dem Wahnsinn halt keinen Raum geben. Und Menschen sind nicht sehr gut da drin. Das heißt, es ist eh Zufall, ob jetzt bei Huxley, Überwachungsstaat, Telefondatenüberwachung, Computerüberwachung, Künstlerintelligenz. Also da kann man, also wir leben halt in einem Zoo mit lauter anderen Lebewesen und auch lauter Menschen. Und was dabei rauskommt, wird sich dann zeigen und dann werde ich jeden Einzelnen fragen, was hast du denn getan, außer gelabert. Also insofern, das andere Problem ist die Umweltkatastrophe. Das ist wahrscheinlich nicht mehr abwendbar und da wissen wir ja auch schon, was passieren wird. Also so gesehen bin ich relativ entspannt. Was siehst du jetzt bei der Umwelt ganz konkret? Also jetzt ist ja Weihnachten 2021. Also ich war jetzt seit März 2020 in sehr vielen Online-Kongressen, weil durch Corona halt keine persönlichen Treffen oder wenig persönliche Treffen möglich waren. Und da habe ich wesentlich mehr Daten als sonst gesehen, weil ich halt nicht immer hinreisen musste und dann nicht hinreisen konnte. Also wir haben komplette Zusammenbrüche der biologischen Vielfalt, sowohl der Artenvielfalt als auch Menge an anderen Lebewesen, die wir haben. Also zum Beispiel, wir haben immer mehr Kühe und Schweine, also Rinder und Schweine auf der Welt und nicht nur im Verhältnis dazu, sondern auch absolut immer weniger von den anderen Lebewesen. Und das kann nicht gut gehen. Das geht, das funktioniert nicht so. So funktioniert die Welt des Lebens nicht. Die funktioniert durch den ständigen Energieaustausch und Besetzung von kleinen Nischen und von unerwarteten Dingen, wie zum Beispiel Bakterien, die sich irgendwo festsetzen. Und dieses Steuern, was wir Menschen machen wollen, das kann gemessen, bewiesen, wissenschaftlich gezeigt nicht funktionieren. Das führt immer dazu, dass es Zusammenbrüche gibt. Das kann man sich so vorstellen, wenn irgendwas ausfällt, sagen wir mal Rinder jetzt, und wenn da jetzt irgendwas passiert oder Schweinepest oder Hühnergrippe oder irgendwas, dann haben wir keinen Ersatz dafür. Und das wäre in einer vielfältigen Natur überhaupt kein Problem. Wenn dann die roten Rüben oder die gelben Rüben oder die orangenen Rüben ausfallen in dem Jahr, dann kann man halt Erbsen essen oder so. Also ja, das ist leider der Stand der Forschung im Moment. Also das ist das größte Problem dann einerseits in deinen Augen der Klimawandel und dann aber auch in dieser Monokultur in der Tierhaltung im Grunde. Ja, die auch miteinander zusammenhängen, weil natürlich eine der großen Gründe, warum wir so viel CO2 ausstoßen, eben durch die Massentierhaltung und durch die Verwendung von tierischen Produkten überhaupt kommt. Also nicht nur durch Massentierhaltung, sondern überhaupt, dass wir Tiere verwenden, weil das ist halt super. Es verbraucht einfach mehr, als es zurückgibt in den Kreislauf des Lebens. Und andere Maßnahmen, die man jetzt nicht so leicht lösen kann, die finde ich jetzt aber auch nicht so primär dystopisch. Also das wäre natürlich, welche Art von Energie erzeugen wir. Also wenn wir Kohleenergie nehmen, haben wir mehr CO2. Wenn wir Atomkraft nehmen, haben wir zwar wenig CO2 oder gar keins, je nachdem wie das rechnet, aber dafür haben wir den Müll und so. Das ist eine Sache, da muss man als Mensch mit leben. Das ist halt eine gesellschaftliche Verhandlung. Ich will warmes Wasser in der Dusche haben. Ich erzeuge die Hitze nicht, sondern ich möchte die auch durch einen Schalter oder durch einen Stecker oder durch einen Hebel haben. Okay, das muss man dann verhandeln. Aber das andere ist schon zu weit fortgeschritten. Also industrielle Landwirtschaft können wir uns nicht mehr leisten. Das ist nicht möglich. Verwendung von Tierprodukten können wir uns nicht mehr leisten. Das ist nicht möglich. Machen wir aber. Das ist dystopisch. Also mit vollsehendem Auge in den wissenschaftlich sehr gut untersuchten Wahnsinn zu rennen. Das finde ich dystopisch. Ist da nicht ein zentrales Problem auch tatsächlich die Überbevölkerung? Oder siehst du es im Sinne einer Misswirtschaft? Also meinst du, der Planet könnte noch sehr viel mehr Menschen unterstützen? Falls man das auch als Wert an sich sieht. Ich meine, wir haben ja keine Wette laufen, wie viele Millionen Leute kriegen wir auf einem Planeten? Also es wird vielleicht dann interessant, wenn man irgendwann mal in der Lage ist, andere Planeten zu besiedeln. Aber solange man auf dieser Erde lebt, sollte man ja vielleicht eher ein gutes Leben für Menschen schaffen, anstatt zu gucken, dass man einfach unendlich viele Menschen erzeugt. Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Also das pendelt sich, soweit wir das jetzt sehen können, bei ungefähr zehn Milliarden grob, ein Menschen. Also in den sonst sehr geburtenstarken Regionen passiert halt das, was auch in Industrieländern passiert ist in den letzten Jahren. Da nehmen dann halt die Geburtenzahlen ab. Also das wird sich da ungefähr einpendeln, soweit wir das jetzt bisher sehen können. Da gibt es auch eine schöne Webseite, The World in Data. Da kann man sehr viele überraschende Daten auch sehen. Also vieles ist gar nicht so dystopisch, wie es aussieht. Aber andere ist dafür umso dystopischer. Da muss man immer die Daten angucken. Was du sagst, ist sehr weise. Also der planetare biologische Kreislauf, der Menschen unterstützen würde, der ist schon lange überschritten. Also ich will jetzt da keine bestimmte Zahl sagen, aber da sind wir wahrscheinlich schon vier oder fünf Mal drüber, so jetzt mal grob. Aber damit müssen wir uns ja nicht befassen. Ich meine, du und ich, wir sind nicht Thanos, der halt dann die radikale Maßnahme macht und die Hälfte der Bevölkerung auslösch. Genau. Sondern wir sind ja auch nur kleine Lichter und wollen auch nicht diejenigen sein, die ausgeknipst werden. Und dann sollte man eben die zweite Frage stellen, wie kriegt man es, wie du es gerade gesagt hast, ein vernünftiges Leben hin. Und dann sagen wir halt, okay, die Erde wird halt von Menschen jetzt gestaltet, vielleicht noch 100 Jahre oder so. So ist das halt. Und in den 100 oder 150 Jahren oder wie viel auch immer möchten wir aber eben in Einklang mit der Natur nicht nur deswegen leben, weil das ein Ideal aus den 60er, 70er Jahren oder so ist, sondern weil wir sonst nicht überleben können aus wissenschaftlichen Gründen. Und da stimme ich dir zu. Da wäre natürlich die Frage, wie können wir mit der Anzahl der Menschen, die wir dann halt haben, sinnvoll umgehen. Aber ich denke, das musst du zusammenbringen. Also jetzt die krasse Bevölkerungskontrolle, wie man sie in China gemacht hat, dass man sagt, okay, wir werden jetzt mal eine längere Zeit lang nur ein Kind pro Familie erlauben. Das wirst du weltweit natürlich kaum durchsetzen können, weil so groß kann die Katastrophe gar nicht werden, dass die Menschen nicht sagen, also das siehst du ja jetzt während der Pandemie oder das siehst du überall beim Fremdgehen, das siehst du überall. Anstatt halt ehrlich zu sein und das zu tun, was angezeigt ist, versuchen die Leute immer einen kleinen Umweg, Ausweg oder eine persönliche Begünstigung zu führen. Also deswegen glaube ich, Bevölkerungskontrolle durch Vernunft wirst du nicht hinkriegen, außer du bist halt ein Land wie China, wo das dann sozial und politisch durchführbar ist, ohne dass das Land hinterher in Schutt und Asche liegt. Naja, aber das ist ja letztendlich das zentrale Problem. Also ich meine, große Bevölkerung haben sich ja entweder durch Seuchen, Kriege, Hungersnöte reguliert. Die kann man ja zu einem gewissen Grad bekämpfen. So richtig verheerende Kriege oder verheerende Seuchen, wie jetzt die Schwarze Pest oder wirklich, was weiß ich, den 30-jährigen Krieg, wo zumindest in Europa wirklich weite Teile der Bevölkerung sich abgeschlachtet haben, sind ja jetzt noch nicht konkret. Ich meine, klar, die Massenvernichtungswaffen wären bestimmt da dafür, aber das wollen wir hoffentlich alle nicht erleben. Aber wie hätte man denn eine Möglichkeit, das herbeizuführen irgendwie? Also ja, ein globales Bewusstsein dafür zu schaffen, wir können jetzt nicht irgendwie fünf, sechs, zehn Kinder bekommen? Also das passiert von selbst. Da sieht man einfach, dass je industrialisierter die Region wird, umso weniger Kinder haben die Leute. Das ist schon passiert. Also das ist schon erledigt. Denn die Frage ist halt, wie wollen wir auf dem hohen Level bleiben, selbst wenn die Leute nur wenig Kinder kriegen von insgesamt der Weltbevölkerung. Und da denke ich, kannst du jetzt kurzfristig und mittelfristig einfach gar nichts machen. Also über Bewusstseinsvorgänge kannst du da nichts machen. Eher über, dass du Lebensgewohnheiten änderst. Aber da gibt es ein zweites Problem. Das ist halt, dass Menschen nur einen relativ kurzen Zeitraum der Lebensgeschichte überschauen. Das heißt, jeder Einzelne und jede Einzelne guckt natürlich immer, okay, wie viele Kinder möchte ich haben? Wie viel Geld verdiene ich um mein Haus? Was wiederum dann die Zimmer für die Kinder haben sollen? Und so sind Menschen halt konstruiert und gebaut und sozial eingebettet. Und es gibt halt immer mal wieder Kollegen und Kolleginnen, die sagen, wir sollten mal über, wie du das auch gesagt hast, zum Beispiel der 30-Jährige Krieg ist ein sehr gutes Beispiel. Große Umweltkatastrophen wären da auch Beispiele. Also so irgendwelche, es gab ja schon öfter mal irgendwelche Klimaveränderungen, die günstig oder ungünstig waren. Natürlich nicht in dem Maße, wie wir sie jetzt haben, aber die trotzdem zu katastrophalen Veränderungen in der menschlichen Gesellschaft geführt haben, aus unserer Sicht ist katastrophal. Und ich glaube, also meine bisherige Erfahrung ist, auch aus kriminalistischer Sicht, ich bin ja kriminalistischer Naturwissenschaftler oder umgekehrt, naturwissenschaftlicher Kriminalist oder auch aus so privaten Erfahrungen mit Gesprächen über Gesundheitsaufklärung oder Verbrechensaufklärung und Vorsorge für alles Mögliche. Also ich habe noch nicht erlebt, dass Menschen in der Lage sind, diesen Blick für größere Zeiträume zu weiten. Ich denke, in deiner Frage steckt die Antwort, wenn wir das könnten, wären wir sehr viel weiter, weil wir dann Verantwortung auch für vergangene, wenn du so willst, und zukünftige Generationen übernehmen würden. Aber ich persönlich habe das noch nicht erlebt. Ich erlebe das in meiner Arbeit nicht, dass Menschen das tun. Die bleiben halt in ihrem Zeit-Mini-Ketzelchen, in dem sie sich befinden. Na gut, ich meine, die Sache ist, dass ja hier und da ein Umdenken stattgefunden hat. Nur das Problem ist ja tatsächlich, nehmen wir jetzt mal das Klima, nehmen wir an, selbst Deutschland wird jetzt komplett sich deindustrialisieren, wird das ja im Prinzip ein heißer Stein auf dem Planeten. Das sind zwei, drei Prozent. Damit rettest du den Planeten ja nicht. Also du müsstest ja im Grunde tatsächlich das Problem global angehen. Und so sieht es ja auch mit anderen Themen aus. Ja, also deindustrialisierung, also ja, okay, also das sind ja zwei Sachen. Das eine ist das Globale. Also global musst du sagen, Menschen sind eine hypersoziale Art, Lebewesenart. Und entweder das klappt dann oder nicht. Die Landesgrenzen spielen eigentlich bei solchen Vorgängen geringe Rollen, siehst du, durch die Einführung von Internetplattformen, die immer belächelt werden. Facebook, Insta, TikTok. Am Anfang wird das immer belächelt und am Ende entstehen dann internationale Verknüpfungen daraus. Ob die gut oder schlecht sind oder wie, das ist ja noch ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall, jeder hat gedacht, also gerade bei TikTok jetzt zuletzt, dass das wird nicht international. Das sind irgendwelche chinesischen Spionskinder, die tanzen oder so. Und die Wirklichkeit sieht vollkommen anders aus. Also es gibt tausende von Splitteruntergruppen, die sich international und sei es auch nur für einen Monat oder einen Tag vernetzen oder für immer. Also das liegt in der Natur der Menschen, dieses Hypersoziale. Also da würde ich mir gar keine Gedanken um das Globale machen. Ich glaube eher die Frage ist, wie wir es deindustrialisieren. Und soweit wir das wissenschaftlich bisher aber schauen können, ist Deindustrialisierung gar nicht nötig, weil mit der hohen Anzahl der Menschen, also wenn wir jetzt wirklich bei diesen 10 Milliarden uns einpendeln, können wir das sowieso nur in einer hochtechnischen Gesellschaft durchführen. Und da ist aber genau jetzt der Knackpunkt, weswegen das mit der Bevölkerungsvertrolle tatsächlich ganz interessant ist, wenn du es hochtechnisch machen willst, brauchst du natürlich eine sehr hohe Computerleistung. Diese sehr hohe Computerleistung verbraucht sehr viel Energie. Okay, jetzt könntest du natürlich versuchen, die Energie CO2-neutral herzustellen. Na gut, nehmen wir mal an, das würde klappen. Aber wo stellst du die ganzen Rechenzentren hin? Weil wenn uns die ganze Welt absäuft, und das tut sie, es gibt Stürme, es gibt Überflutungen, es gibt Meeresspiegelanstieg, es gibt Grenzen des Landes, was verfügbar sind. Da sehe ich ein echtes, so albern und nebensächtig ich das anhört, da sehe ich das eigentliche Problem. Wo stellst du deine Rechenzentren noch hin? In einer Welt, die random verwüstet wird, Infrastruktur schwächer wird, oder was wir jetzt während Corona erleben, wo die Lieferketten abreißen? Das würde ich gerne mal wissen. Also da sehe ich das, sagen wir mal, am ehesten oder am schwierigsten unlösbare oder schwer lösbare Problem. In sowas ganz Banalem. Weil wenn das nicht mehr klappt, dann funktioniert auch die hypersoziale Art, wie wir miteinander umgehen, halt für die Generationen, die letzten zwei Generationen, die aufgewachsen sind, auch nicht mehr. Weil die werden wohl kaum sich ums Lagerfeuer setzen und eine Friedenspfeife hin und her reichen und das Ganze dann in langen Gesprächen über vier Wochen aushandeln. Das wird wohl nicht passieren. Na, der Punkt ist natürlich auch, dass, ich sage jetzt mal, in Europa und Nordamerika es ja tatsächlich Bewegungen gibt, die, naja, so einen Konsumverzicht auch als Lifestyle vielleicht auch in Ordnung finden und da vielleicht auch sehr viel idealistisches Engagement haben. Es ist aber so, dass eigentlich in den ganzen Jahren, was früher als zweite und dritte Welt bezeichnet wurde, die jetzt so nach und nach einen gewissen Lebensstandard erhalten, wie jetzt China, wo plötzlich auch, ja, wir wollen endlich mal jede Menge Rindfleisch essen oder solche Dinge oder Afrika, die auch einen wahnsinnigen Hunger an Konsum haben oder der arabische Raum. Ja, wie kriegt man denn da eine Überzeugung hin, ja, dann letzten Endes auch ökologisch ein bisschen zu leben und nicht erst mal zu sagen, so, wir haben jetzt irgendwie ein paar Jahrhunderte Konsum nachzuholen. Gar nicht. Also es gibt keine Daten dafür und keine Untersuchungen, die das stützen, dass du das machen kannst. Also dass du irgendwie hingehen kannst und sagen kannst, ihr seid halt jetzt die Nachrücker aus kapitalistisch-industrieller Sicht gesehen und jetzt sind wir aber einen Schritt weiter und jetzt müssen wir uns alle da einschränken. Also so kannst du auf keinen Fall reden, insbesondere weil ja der Konsumverzicht, den du angesprochen hast, der ist ja nur Fake. Also es ist ja nicht so, dass die Menschen den tatsächlichen Konsumverzicht machen. Also ich kann mal ein Beispiel sagen, also im Lifestyle-Bereich meine ich jetzt, den du angesprochen hast. Also im Lifestyle-Bereich hast du dann Leute, die sich zum Beispiel ohne Tierprodukte ernähren, aber da sind dann halt wieder, wie in den schlimmsten Zeiten, sind halt sechs Käsescheiben vegan in so eine Packung Plastik reingepackt, was vielleicht, vielleicht abbaubar wäre, was aber in den Städten, in denen das stattfindet, aber nicht in eine Umgebung gebracht wird, in der das in den normalen Naturkreislauf zurückgebracht werden kann, sondern da wird es einfach verbrannt. Das ist dann halt die messbare Tatsache. Also deswegen halte ich das für unlösbar, was du da ansprichst. Also entweder das Bewusstsein durch das hypersoziale Miteinanderreden und sozusagen im Internet teils auch aufwachsen, aber gleichzeitig auch örtlich aufwachsen und so. Entweder das ergibt sich durch, das ist quasi ein Evolutionsschritt, oder es ergibt sich nicht. Aber steuern kannst du das nicht. Also du kannst jetzt da keine Aufklärungskampagnen machen oder so. Also warum sollte ich das machen? Sagen wir mal, ich sitze in Dubai, das siehst ja auch in diesen ganzen angeblichen Auswanderern und diesen ganzen Geschichten, die es da gibt und von Leuten, die dann in solche Umgebungen gehen, die sehen ja dann immer, wenn sie da hingehen, in erster Linie dort eine Gelegenheit, um im Rahmen der finanziellen, wirtschaftlichen, sozialen Bedingungen, die sie haben, sich auszuleben und auszubreiten und gerade nicht in irgendeiner Weise auf Konsum zu verzichten. Also selbst die Leute aus der sogenannten, wenn du so willst, ersten Welt schaffen es ja nicht, irgendetwas aus dieser Vernunft und Messbarkeit mit in diese Regionen reinzunehmen. Also das werden die Leute selbst entwickeln oder nicht. Eine Möglichkeit wäre, wie es in Deutschland auch passiert ist, dass man sagt, okay, wir mögen unseren Boden und unsere Wälder und unsere Heimat und unsere Hirsche und unsere Luft und die Füchse und die Vögel und daraus leitet sich dann irgendwas ab. Aber ob das klappt oder nicht, ist eine andere Frage, weil in Deutschland hat man es gesehen, da ist die Grüne Partei daraus entstanden. Die Ultrarechten haben dasselbe Ideal gehabt. Also da haben sich rechts, links und wenn du so willst, auch große Teile der Mitte haben sich getroffen. Da hätte man sagen können, da haben wir eigentlich ähnliche Vorstellungen und haben sich dann stattdessen aber zerfleischt und darüber zerkriegt, über die richtige Methode. Haben wir in Deutschland live erlebt. Also das musste natürlich den Leuten in anderen Regionen der Welt auch zugestehen, dass sie es halt einfach nicht gebacken kriegen. Ja, aber das würde ja bedeuten, man ist verdammt dazu vor die Wand zu fahren, global. Also das ist ein sehr pessimistisches Szenario. Ja, ich sehe das eher so wie in den ganzen Filmen, wo die Bremsleitung durchschnitten ist bei irgendeinem kühnen Helden, der dann in sein Auto steigt und bergab fährt. Ja, die Bremsleitung ist durchschnitten. Ja, das Auto fährt bergab. Ich kenne mich mit Bremsleitungen überhaupt nicht aus, aber das sagen die immer nur in den Filmen so. Dann kann man das Auto irgendwie nicht mehr bremsen. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber trotzdem gibt es dann halt im Heldenfilm sozusagen eine Lösung, die du dir dann halt in dem Moment überlegen musst. Und ich denke, so ist das jetzt auch. Wir fahren jetzt, was die Naturkatastrophen angeht, auf Sicht. Das betrifft ja auch sehr stark die Stürme, also gar nicht nur die Feuer und die Überflutungen und so, sondern auch wirklich die Stürme, die einfach mal in den Regionen alles platt machen. Das heißt, wie im Heldenfilm oder Heldinnenfilm fährst du dann auf Sicht sozusagen und lässt dir was einfallen, weil gerade die Stürme, also die Überflutungen, das kann man ja noch grob abschätzen, wo besondere Gefahrengebiete sind. Aber bei den Stürmen wird das schon wesentlich schwieriger, weil das, weil ja die Gebiete sind einfach besiedelt und in einem Fluss kannst du versuchen, halt Flutmanagement und so weiter zu machen. Da gibt es auch schon Daten zu, wie man das macht durch zwei größere Überflutungen, zum Beispiel im Rhein, wenn wir jetzt über Westdeutschland reden oder auch Dresden und so weiter. Also da ist schon bekannt, grob, was man machen kann und wenn man es dann nicht macht, okay. Ja, das Flutmanagement ist ja ziemlich schief gegangen in Deutschland. Ja, geht so. Nee, geht so. Es gibt auch, es gibt auch Gebiete, die durch gemeinsame Gespräche, die was länger gedauert haben, dann doch halbwegs geschützt wurden. Also das ist nicht ganz so scheiße, wie es jetzt aussah durch die Überflutungen 2021. Aber die Stürme sind meiner Meinung nach auch irgendwie ein unterschätztes Problem, weil selbst die Brände könnte man auch durch sehr starke Eingriffe vielleicht ein bisschen managen, also breitere Brandschneisen, dies und das. Also mehr so technische Eingriffe. Die sind zwar scheiße, aber würden jetzt die Ausbreitung von den Feuern vielleicht mit sehr viel Geld und sehr viel Aufwand ein bisschen verhindern. Das ist natürlich keine echte Lösung. Aber was willst du gegen Stürme machen oder so? Also da kannst du überhaupt gar nichts mehr machen, weil die Gebiete sind halt so besiedelt, dass du da jetzt auch nicht sturmfeste Gebäude bauen kannst. Und was auch noch dazu kommt, das ist ja im Moment gar nicht auf dem Schirm bei den Leuten, sind diese ganz großen Vulkanausbrüche, die auch jederzeit passieren können und die auch sehr, sehr starke Einflüsse auf die Umwelt und die Ernährungslage haben. Und wir wissen, was passiert, wenn Leute nichts mehr zu essen haben. Dann gibt es natürlich immer richtig Beef. Also insofern muss man da also jetzt ab jetzt auf Sicht fahren. Entschuldigung, was davon siehst du denn als Menschen gemacht? Also wenn du jetzt diese Klimawandeltheorie vertrittst, dann ist natürlich CO2-Ausstoß das Argument. Das ist dann über Schwemmung und Stürme, die dann dadurch verursacht werden. Vulkanausbrüche. Ne, die haben damit nichts zu tun. Das ist übrigens keine Theorie mit der Klimaveränderung. Also es gibt jetzt, also es sind drei Berichte dieses Jahr rausgekommen. Weltklimarat, dann der Dagubt-Report und noch der Vereinte Nationen-Report, Making Peace with Nature. Also ich glaube noch nie, wirklich, das meine ich jetzt ernst, also als wissenschaftliche Aussage. Ich glaube, nichts ist sicherer, als dass der Klimawandel menschgemacht ist. Also ich glaube, das ist die sicherste Aussage, die wissenschaftlich jemals in der Geschichte der Menschheit getroffen wurde. Außer vielleicht noch, dass Äpfel nach unten fallen Richtung Erdmittelpunkt, wenn man sie loslässt oder so. Also aber ich glaube, da gibt es überhaupt niemanden mehr, den ich auf Kongressen in den letzten Jahren erlebt habe, der wissenschaftlich andere Daten vorweist. Also null. Aber ja, klar, das ist genau das Problem mit den Vulkanausbrüchen. Also wir Menschen müssen immer uns auch darüber klar sein, dass eine ganz andere, oder Erdbeben, da gibt es natürlich diese Fracking-Erdbeben, die im kleineren Maße, aber die richtig großen, wie San Francisco zum Beispiel, die San Francisco bevorstehen und einigen anderen Städten. Ich meine, da hast du überhaupt, das hat überhaupt nichts mit Klimawandel zu tun. Klar. Haben die denn auch zugenommen? Also Erdbeben und Vulkanausbrüche? Ist das eine Sache, die steigt oder die einfach nur durch eine größere Besiedlung zum größeren Problem wird? Letzteres. Das wird durch die dichte Besiedlung zum größeren Problem und durch den Irrglauben, dass halt ich in meinem Haus, mir wird schon nichts passieren. Also ich kann mal Beispiele sagen, wie das auch, weil viele sich da vielleicht jetzt nicht so mit beschäftigen. San Francisco ist weit und weiß ich nicht, Fracking ist weit weg und keine Ahnung, dergleichen mehr. Also ich habe zum Beispiel mal in Arequipa gearbeitet, in Peru und da ist das so, dass einfach an dem Vulkan hoch, der ist auch, wenn man so will, aktiv. Also da kommen so pyroklassische Ströme runter, wenn der ausbricht. Da kannst du nichts machen, die sind hunderte Kilometer schnell, da kannst du nur noch irgendwie, weiß ich nicht, ein Lied pfeifen und dann bist du tot. Also da brauchst du auch gar nicht weglaufen. Das kannst du dir sparen. Du brauchst dich auch nicht in ein Gebäude verstecken oder so, das nützt alles überhaupt nichts. Es ist viel zu heiß, viel zu schnell und durchdringt auch alles. Es ist also nicht wie diese Magma, die man da manchmal so faszinierend den Berg runterlaufen sieht. Im Grunde wie eine Riesenbombe dann hängt, mit einer Druckwelle und die dann wieder Feuer hat. Druck muss es gar nicht mal sein, aber es ist auf jeden Fall diese alles umgreifende Hitze, die da mit diesem Aschestrom da langkommt. Auch sehr schnell, genau. Und da wächst einfach das Slum hoch. So und jetzt ist halt klassischerweise so, jetzt machst du eine soziale Maßnahme und sagst, okay, den Leuten im Slum soll es besser gehen. Die sollen Zugang zu Wasser und Strom haben. Dann legst du Wasser und Strom in das Slum rein, ist auch gut. Dann sagst du als nächstes, okay, die sollen hier nicht mal unter Blechdächern wohnen oder nicht mehr zu zwölf Leuten auf zwölf Quadratmeter, was jetzt kein Witz ist, was passiert. Und dann, okay, dann verbessert die Lebensbedingungen, aber du vergisst halt darüber die Gefahr, wie in San Francisco. Man vergisst einfach die darunterliegende Gefahr und den Unsinn oder was wir auch jetzt Ende 2021 erlebt haben, nochmal eine große Sturmproblematik, dass die Häuser halt nicht geeignet für diese Region waren, wo durchaus halt hin und wieder solche Stürme auftreten können. Nur jeder Einzelne, damit sind wir wieder bei dieser kleinen Zeitkapsel, in der wir uns immer bewegen. Wir denken, ach, in meiner Lebenszeit wird das jetzt schon nicht passieren. Also ja, und dagegen kannst du gar nichts machen, meiner Meinung nach. Wie siehst du denn, also das eine ist jetzt eine Umweltdystopie, die andere Sache ist halt die Gefahr durch, ja, einerseits durch Technik und durch, ja, Bevölkerungsstrukturen oder Regierungen, die, die halt sich sehr negativ verändern. Wo siehst du denn da so die Chancen und Risiken sozusagen? Ich sehe da nur Chancen, weil die Menschen haben sich schon immer komisch verhalten und Auswege gesucht, gelogen. Wie gesagt, auch wenn sich das lustig anhört in dem Zusammenhang, dieses Fremdgehen ist eigentlich das beste Beispiel dafür. Ich glaube, da haben viele Menschen schon Erfahrungen mitgemacht, wie sich Menschen da die Welt zurecht lügen und schon im Allerkleinsten, also wo es ja völlig unnötig wäre. Also insofern, also da muss man, also da ändert sich nichts. Also Menschen sind halt auch so angelegt, dass sie auch, sagen wir mal, Chancen suchen, um es mal freundlich zu formulieren, sich dabei auch scheiße fallen. Aber ich sehe die große Möglichkeit tatsächlich in dem anfangs schon besprochenen Bereich oder auch zwischendurch besprochenen Bereich, also Menschen sind hypersozial, das kannst du messen. Und sie sind gleichzeitig immer weiter vernetzt und verlieren, das sieht man jetzt auch so seit drei Jahren, finde ich ganz deutlich, halt diese Grenzen, die mal wichtig waren aus historischen Gründen zwischen zum Beispiel Gender, das ist das bekannteste Beispiel vielleicht, das interessiert jetzt keinen mehr. Also du kannst dich darüber aufregen, dann bist du halt ein Opa oder so, aber oder halt jemand, der sehr isoliert lebt oder jemand, der persönlich sehr schwach ist und dann andere Leute hassen muss, um sich aufzuwerten oder so. Aber im Großen und Ganzen, wenn du jetzt auf die unter, sagen wir mal, unter 15-Jährigen guckst oder so, da interessiert das ja kaum noch jemand. Also die sind schon aufgewachsen in der Welt mit Comics, mit Filmen, siehst du auch, wird ja auch von den ganz großen Franchises, Marvel und so weiter, wird das ja massiv umgesetzt schon längst, weil die ja auch sehr viel jüngeres Publikum haben, dass da also alles, was man früher so als Ethnie, Gender oder bla, ich weiß gar nicht, alles das, was halt Opa für bedrohlich und wichtig fand, das löst sich auf. Also da sehe ich hauptsächlich die Chance. Aber gab es da, Entschuldigung, aber gab es da gerade bei den Comics nicht auch ein Backlash? Also das erst quasi so Comics, die da ein bisschen offener waren und auch die Charaktere vertauscht haben, auch die Geschlechter vertauscht haben. Ja, dass an der Kasse eigentlich entschieden wurde, nee, das wollen wir eigentlich nicht. Also dass der Kunde da letzten Endes... Schwer zu sagen. Also ich denke mal, dass ich, also ich kann nur mal sagen, worauf ich mich beziehe. Also wenn ich jetzt mal nehme Sachen wie, nehmen wir mal Ghostbusters, dann war Ghostbusters 1, ist halt so ein klassischer alter Film, wie der in unserer Lebenszeit halt so war, weiße Männer und Frauen, die irgendwie erobert werden möchten oder Männer anhimmeln und dies und sowas halt. Und dann hat man das mit dem Verdrehen ja gemacht. Das fand ich sehr, sehr, sehr lustig. Dann waren alle Hauptcharaktere auf einmal Frauen. Das hat tatsächlich an der Kasse nicht so durchgezündet, war aber jetzt auch nicht so ein Misserfolg und hat zumindest schon mal dafür gesorgt, dass es schon mal Gespräche darüber gibt und viele haben sich aufgeregt. Aber was jetzt entscheidend ist, weil du ja auch nach Chancen gefragt hast, wenn du dir jetzt Teil 3 angeguckt hast, der letzte Woche lief, da ist es ja so, dass jetzt alles durcheinander gewirbelt ist. Also Gender ist völlig egal. Okay, du hast noch eine Hetero. Die Erwachsenen sind halt irgendwie hetero als Familie da. Also der Lehrer, der Mann und die Frau, die hat da abgerockt mit ihren zwei Kindern da in der Armut lebt. Gut, aber es spielt keine Rolle mehr. Ansonsten weißt du bei den Charakteren überhaupt nichts mehr. Also Hautfarbe, Gender, im Prinzip auch sozialer Status. Also selbst Armut ist gar nicht mehr so peinlich, sondern da darf man dann sogar Witze darüber machen und so. Also das hat sich schon extrem aufgelöst. Und das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Bei Marvel siehst du es auch, also ich meine, man muss natürlich sehen, von wann man redet. Natürlich hat Ghostbusters 2, um jetzt nur mal bei dem Beispiel zu bleiben, dann zu dem Zeitpunkt waren die ihrer Zeit vielleicht ein bisschen voraus oder sie haben es auch ein bisschen ungelenkt umgesetzt vielleicht. Aber das ist ja einfach ein Entwicklungsschritt gewesen. Und jetzt siehst du halt, okay, die nächste Stufe ist dieses Aufgelöste. Und du kannst auch knallhetero sein, wenn du willst. Ist auch kein Problem. Also nicht, das ist jetzt nicht irgendwie so, dass das jetzt auf einmal nicht mehr möglich ist, sondern es ist einfach egal. Und da, also das ist meine Beobachtung, dadurch, dass ich mit vielen Leuten auf der Welt halt wissenschaftlich zu tun habe, dass das stattfindet. Auch seelische Besonderheiten, das hat ja angefangen mit der Nerd-Subkultur, dass Nerd-Brillen und Nerd-Klamotten auf einmal interessant wurden. Dann ist das sehr stark ins Lifestyle-Bereich gegangen, hast du ja auch vorhin gesagt, mit angeblichem Konsumverzicht. Und dann hat sich das stark verändert. Und jetzt ist es tatsächlich, finde ich, ein interessanter weiterer Evolutionsschritt erfolgt, dass die Leute sagen, okay, wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit neue Klamotten kaufen, sondern lieber gute gebrauchte Klamotten. Da kannst du auch drüber schmunzeln, weil dann sagst du, okay, dann werden immer mehr neue Klamotten erzeugt, damit ihr mehr gebrauchte Klamotten habt. Aber vielleicht ja auch nicht. Vielleicht ist es ja auch nicht so. Das heißt, das werden wir in den nächsten fünf Jahren erleben, ob diese Sachen funktionieren oder nicht. Also du meinst, wie es ja oft so ist, dass sich so Bewegungen erstmal, sagen wir, übers Ziel hinausschießen, dann an eine Grenze stoßen und dann wieder sich einpendeln irgendwie. Ja genau. Absolut. Also das siehst du ja jetzt gerade bei der Klimaproblematik. Jetzt haben wir im Herbst 2021, im Winter 2021 haben wir jetzt eine grüne Außenministerin und der Landwirtschaftsminister ist auch grün. Beide eigentlich sehr erfahren auf ihre Art und die stoßen natürlich jetzt mit sehr vielen Interessensgruppen zusammen, mit denen sie aber reden möchten und müssen. Und so ist das halt im Kleinen wie das, worüber ich vorhin geredet habe, aber jetzt auch im Großen. Ich denke, das ist einfach auf der Welt so. Also das ist schon immer so gewesen. Also als Menschen musst du halt Verhandlungen führen, ob du willst oder nicht. Und klar schießen alle übers Ziel hinaus. Ich meine, du kannst auch sagen, nehmen wir mal an, du wärst jetzt ganz linientreuer Chinese, weil du das vorhin erwähnt hast, oder Chinesin. Also wenn du mal da bist in China, dann haben die früher zum Beispiel gesagt, ja okay, der Mao, der hat halt 8 zu 80 Prozent recht gehabt, 20 Prozent nicht recht gehabt. Das durfte man damals sagen. Und dann hast du so gestaunt und dann hast du gesagt, ja also ich hätte jetzt eigentlich eher gesagt, Mao hatte zu 80 Prozent Unrecht und zu 20 Prozent recht. Und dann bist du an einem Punkt, wo du sagst, ja okay, aber was sind jetzt deine Daten? Und dann muss man sagen, der Teil, der die Leute in China interessiert hat, nämlich Industrialisierung, Verbesserung der Lebensumstände, wenn du so willst, auch das Zusammenhalten des gigantischen Landes. Ich meine, das ist ja unfassbar groß und divers. Das hat er geschafft. Und das heißt, das ist jetzt deren Sicht darauf. Wir sagen halt, ja wir wollen Menschenrechte, dies und das. Dann finden wir es halt scheiße. Aber da redest du ja, das ist ja ein politisches Gespräch. Insofern. Ja, insbesondere bei Mao darf man ja wirklich nicht verschweigen, dass da wirklich Abermillionen bei draufgegangen sind. Genau. Aber das sehen die halt teilweise nicht, weil die sagen, das mag ja sein, aber da sind wir wieder bei der Mini-Zeitkapsel, von der wir schon die ganze Zeit reden. Da sagen die, A, das betrifft mich nicht und B, meine Lebensbedingungen sind jetzt besser. Das heißt, natürlich finden wir das als Europäer empörend und falsch und unsinnig, aber die Datenlage ist jetzt abhängig von den Grundannahmen, die du machst und damit uninteressant. Das heißt, worauf ich hinaus will, ist, darüber brauchst du jetzt nicht reden, sondern ich will sagen, du hast recht, alles Mögliche schießt in alle Richtungen, auch in grausamster, katastrophalster, fürchterlichster, dystopischer, arschlochigster Weise übers Ziel hinaus. Aber trotzdem berappelt sich es halt irgendwie, nämlich so, wie die wirtschaftlichen und klimatischen Bedingungen sind. Und das glauben Menschen halt immer, dass das nicht der Fall wäre. Ist es aber. Da gibt es auch zahlreiche gute Veröffentlichungen dazu, über alle Schlachten, die geschlagen wurden in den letzten 200 Jahren, wie stark die gar nicht mal vom Klima, sondern vom Wetter abhängig waren. Dann jeder, der sich mit Kriegsgeschichte beschäftigt, weiß, wie stark die Ernährungslage den Einfluss hatte, als eigentlich einer der Haupteinflüsse. Oder Krankheiten eben, auch solchen von dir angesprochen, also so gesehen, es rappelt sich immer alles anhand dessen, wie es wirklich ist, zusammen. Das ist immer so. Also ist dein Ansatz letzten Endes, die Sachen einfach laufen zu lassen, weil es sich von selber einpendelt. Aber du bist doch jemand, der dann doch eher aktiv werden möchte, oder? Genau. Also wenn du jetzt jemand wärst, sagen wir mal, du wärst jetzt, keine Ahnung, du würdest sagen, okay, der Marc, der hat jetzt irgendwie Durchblick. Und ich mache das jetzt mal, was er sagt, weil ich dem vertraue. Dann würde ich schon mal als erstes sagen, vertraue keinem, weder mir noch dir noch sonst jemandem. Aber gut, wenn das jetzt deine Entscheidung ist, ist, dann kann ich dir sagen, was wissenschaftlich nachgewiesen wirksam ist. Ob das langfristig was hilft, ist eine ganz andere Frage, weil nehmen wir mal an, wir würden jetzt in Zentraleuropa, das hast du ja vorhin gesagt, würden wir jetzt versuchen, so eine Art Vorreiterrolle einzunehmen oder die US-Amerikaner versuchen das ja auch manchmal, auch im Bereich der biologischen Landwirtschaft übrigens, was man ihnen gar nicht zutraut. Also die experimentieren da viel mit und nur halt auf eine andere Art als wir. Entschuldigung. Und die, ob jetzt nicht trotzdem alles den Bach runtergeht, weil uns zwei Atomkraftwerke in Frankreich um die Ohren fliegen, da kann ich dir jetzt, das weiß halt jetzt keiner. Aber jeder kann in dem Handlungsspielraum, den er hat oder sie, das tun, was möglich ist. Und mehr kann kein Lebewesen. Kein Lebewesen auf der Welt, ganz biologistisch, kann mehr tun, als was im Handlungsspielraum steht. Aber kann es sein, dass du gerade gar nichts tust? Das ist die Frage. Kann es sein, dass du nur gerne dich wohlfühlen möchtest, indem du Geld irgendwo hinspendest und dann halt sagst, okay, jetzt habe ich meine Schuldigkeit getan. Kann es sein, dass in Wirklichkeit das, was du gerade tust, alles nur Vermeidungsverhalten ist, um zu verdecken, dass du nichts tust? Und darüber kann man reden, wenn die Leute Bock haben. Wenn sie keinen Bock haben, dann nicht. Was willst du machen? Na ja, was wären in deinen Augen die Sachen, die jedes Individuum tun kann oder vielleicht auch sollte? Also was sind so deine Empfehlungen? Also wenn ich mal weltweit gucke und auch sehe, wie auch Naturzerstörung gar nicht nur, was viele kennen in Brasilien mit dem Wald, sondern eben auch in Kolumbien oder vielen anderen Ländern passieren, durch Industrialisierung und auch durch Nichtzugang zu guten Techniken, sodass das dann halt eben mit schlechten Techniken gemacht wird, die dann eben noch mehr Umweltzerstörung erzeugen, dann würde ich sagen, also gut, das Erste, da ist der persönliche Handlungsspielraum verschieden, ist, dass man dafür sorgt, dass es demokratische Verhältnisse gibt, die dafür sorgen, dass neue Erkenntnisse sich überhaupt politisch umsetzen lassen. Das haben wir jetzt bei der Bundestagswahl in Deutschland sehr gut gesehen, im Herbst, Winter 2021, da hat sich eine komplett neue Art des wissenschaftlichen Einbringens in die Politik, einerseits vom wirtschaftlichen Bereich, durch die Partei, die eher so wirtschaftlich orientiert ist, als eben auch durch eine Partei, die schon ganz abgeschrieben war und die sich deswegen, die zusammengeschnurrt ist auf so gewisse Teilhabe und soziale Möglichkeiten, als auch eben auf die eher umweltorientierten Parteien, die aber alle jetzt versucht haben, das möglichst auch auf eine feste, messbare Datenlage zu stellen. Zunächst mal, wie das jetzt ausgeht, ist eine andere Frage. Also das ist das Erste, du musst alles dafür tun, dass du durch Wiederwahl und Abwahl die Möglichkeit schaffst, dass neues Wissen in eine politische Struktur gelangt. Kann auch schief gehen, aber das ist die einzig bekannte Methode. Alle anderen Methoden haben versagt, die sind getestet worden. Also zum Beispiel totale Kontrolle, totale Überwachung, totales laissez-faire und Anarchie, ist alles ausprobiert worden, funktioniert alles nicht. So, und das Zweite wäre, nimm in der Situation, in der du gerade bist, die neuesten wissenschaftlichen Informationen und setz sie halt um und werte sie nicht, sondern wenn du mitmachen willst, dann mach halt mit. Das ist schon ein mehrfach genanntes Beispiel, keine Tierprodukte verwenden. Ist sehr gut gemessen, ist überhaupt nicht strittig, ist so wie, keine Ahnung, kaltes Wasser fühlt sich kalt an, warmes Wasser und heißes Wasser fühlt sich heiß und warm an. Da müssen jetzt keine Diskussionen darüber führen. Wir können eine Diskussion über lauwarm führen. Was ist lauwarm? Aber wir brauchen jetzt nicht nur eine Diskussion darüber führen, was die meisten Menschen für kalt und heiß empfinden. Und so ist das hier auch. Also das ist messbar und bewiesen, das wäre ein Beispiel. Und dann gibt es natürlich noch zahlreiche andere Beispiele im jeweiligen Handlungsspielraum der Personen. Zum Beispiel sagen wir mal, du kennst dich ja sehr gut mit Video, Foto, Gestaltung und so weiter aus. Dann könntest du jetzt meinetwegen sagen, okay, nützt es was, wenn ich Menschen, die sozial schwach sind, beibringe, sich auf diese Art auszudrücken und besser anderen zu erklären, wie sie sich fühlen. Das wäre zum Beispiel jetzt eine Sache, die wir in deinem Handlungsspielraum. Und so jeder, der jetzt zuhört oder zuschaut, dem fällt jetzt sicher selber was ein, was man tun oder lassen kann und wo man auch nicht genau weiß, ob das dann gut wirkt oder nicht. Aber das kann man wenigstens versuchen. Gehen wir mal auf Tierprodukte nutzen ein. Also du lebst jetzt tatsächlich spezizistisch, also nennt sich das so? Antispezizistisch, genau. Erklär das doch mal bitte. Ja, also die moderne, ich gehe mal nur auf den Stand heute ein. Also die moderne Idee ist, dass Lebewesen, die wir so auch als Versuchstiere verwenden oder auch so als reine Gebrauchstiere irgendwie, zum Beispiel der Klassiker wäre früher auf dem Land gewesen, im Ruhrgebiet, in Sachsen, in Thüringen, in vielen Regionen, da hast du halt Kaninchen, die streichelst du, solange du sie streicheln willst und wenn du sie aufessen willst, dann drehst du den Hals um und isst die auf. Das war so, da hat sich keiner drüber aufgeregt. Außer vielleicht ein Kind, was ein Kaninchen besonders mochte und dann lebenslang traumatisiert war oder so. Aber sagen wir mal, sozial war das eingebettet. Und diese Lebewesen, das ist jetzt mittlerweile sehr, sehr gut untersucht. Da gibt's wirklich Tausende und Abertausende von Veröffentlichungen zu, auch gute deutsche Bücher dazu, sehr, sehr ausführliche Bücher. Die haben halt alle Schmerzempfinden, die haben alle Bewusstsein, die haben alle Sozialverhalten, also auch Fische, die halt nur keine Mimik haben, weil sie halt keine Mimik haben. Das heißt aber nichts. Und das ist schon sehr früh eigentlich bekannt gewesen, über Lernversuche. Also man wusste, dass sie viel mehr lernen können, als man glaubt, wenn man denen halt etwas gibt, was sie auch lernen können. Also jetzt nicht irgendwie einen Rechenschieber bedienen oder so. Und das dauerte aber dann nochmal ziemlich lange, bis man verstanden hat, okay, das ist aber wirklich so ähnlich zu uns Menschen, dass wir es dann halt vielleicht mal aus jedem Kind verständlichen Gründen sein lassen sollten, diese Tiere zu gebrauchen. Und der Stand heute ist, das ist jetzt das, was eben, was viele halt für ungewohnt halten. Also wer das jetzt hört, wird jetzt sagen, so, hä, jetzt hat er den Verstand verloren. Das ist aber auf jeden Fall, das kommt auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall kommen. Hört sich halt jetzt nur noch ungewohnt an. So wie, oh, wir werden eines Tages auf dem Mond sein. Ja, ist klar, Marc. Und jetzt so, ja, es gibt Weltraum zu riskieren. Also es dauert halt ein paar Jahrzehnte manchmal. Aber der Stand ist, also Tiere, die für Menschen arbeiten, also Blindenhunde und so weiter, Bombenentschärfungskommando, Hunde und dergleich, die kriegen halt gewisse Rechte. Das heißt, denen wird zugesprochen, dass sie dann halt auf jeden Fall, wenn sie alt werden, in so eine Art Pension oder Rente oder sowas gehen können. Das ist das eine. Dann das zweite ist hier, Versuche finden nur noch dann statt, wenn es auf gar keinen Fall anders geht und das aber auch bewiesen so ist. Also nicht nur, weil die Leute faul sind oder keinen Bock haben, die anderen Techniken zu entwickeln. In Zellkulturen, die gibt es nämlich alle schon. Die, also im großen Umfang gibt es das schon. Also meinst du künstliche Nahrung? Künstliche Zellkulturen, wo man dann das testen kann, was man sonst in Tierkulturen getestet hätte. Also es geht um Tierversuche, ja. Ja, ja. Also man züchtet irgendwie eine Leber oder sowas und probiert das. Ja, genau. Oder nee, mittlerweile wird das auf Mikrochips gemacht. Da brauchst du gar nicht mehr die ganzen Organe züchten. Das und so weiter. Und das auf jeden Fall, also die beweisbare Notwendigkeit, dass dieser Tierversuch wirklich nötig ist und nicht einfach nur aus Behäbigkeit stattfindet, weil das andere nicht entwickelt wird. Und das dritte ist dann eben einfach der Verzicht auf Tierprodukte, weil die zu viele Ressourcen auf der Welt verbrauchen, insbesondere Wasser, Land, dann CO2-Herstellung. Das sind so die drei Sachen, die der Stand der Dinge sind und die auch sehr gut untersucht sind, auch wenn sich das für viele ungewohnt anhört oder man denkt so, hm, stimmt das wirklich? Wieso habe ich davon noch nichts gehört und so? Aber das liegt halt dran, dass man natürlich die neuesten Forschungsveröffentlichungen meistens nicht liest, weil man was anderes zu tun hat. Naja, aber die Frage ist auch da, wo fängt man an, wo hört man auf? Also es ist ja so ein bisschen so, wie soll man sagen, wir streicheln den Hund und essen die Kuh oder beziehungsweise eben nicht. Aber so, wie ist es dann mit Fischen, wie ist es mit Insekten? Also viele Alternativen gehen ja in Richtung, okay, wir machen jetzt Nahrung aus Insekten oder sowas. Oder wir züchten halt künstliches Fleisch irgendwie. Wo siehst du denn da die Zukunft? Also wenn du jetzt diese Säulen, die wir so angesprochen haben bis jetzt im Gespräch, wenn du die nimmst, dann ist es klar, dass du keine Insekten oder künstliches Fleisch und so weiter verwenden kannst. Und zwar die Insekten nicht, weil du dann wieder neue Massentierhaltung hast. Da brauchst du wieder dann alle möglichen Medikamente, Gifte, Landverbrauch, Wasserverbrauch. Da bist du wieder genau da, wo du bei der Hühnerzucht bist. Du hast am Ende wieder eine katastrophale Sache. Okay, mag sein, dass die Insekten weniger Bewusstsein, weniger Leiden aus menschlicher Sicht haben? Das ist mir ehrlich gesagt in dem Fall an der Grenze zu egal, weil ich sowieso weiß, dass es Bullshit ist aus energetischer Sicht. Also aus Wasser, Landverbrauch, also da zerstören wir uns dann weiter unsere Welt. Da brauchen wir über die Tierrechte, wenn du so willst, gar nicht reden, weil mit oder ohne Tierrechte ist das keine Methode. Und die Zucht von diesem Fleisch verbraucht auch so viel Energie, dass die auch sinnentleert ist, wenn du dich an den Forschungsstand begeben möchtest. Nochmal, ich rede nicht über Meinungen. Meinungen kann jeder und jede haben, wie sie will. Ich rede nur von den Daten, die bekannt sind. Und da kommst du mit der Fleischzucht auch nicht weiter. Ich sage mal ein Beispiel aus dem Labor, was vielen vielleicht nicht bewusst ist. Wenn du sie jetzt gerade so Fleischzellen, die dann auch echtes Muskelgewebe und sowas darstellen, wenn du die wirklich züchten willst, musst du eine super, mega saubere Umgebung haben, weil du hast ständig Bedrohung durch Bakterien, Viren, Schimmelpilze und so. Und alleine das sauber zu halten, das ist, also jeder, der mal versucht hat, Zellkulturen zu züchten, der weiß, das ist fürchterlich. Alleine schon, wenn du das in so 50 kleinen liegenden Fläschchen machen willst und wenn du das dann industriell mit Nahrungsmitteln machen willst, da kannst du es meiner Meinung nach komplett vergessen. Energetisch ist das nicht zu stemmen. Ja, aber wo siehst du denn dann die Chance, so viele Milliarden Menschen zu ernähren? Das ist kein Problem, die zu ernähren, pflanzlich. Du kannst problemlos die Weltbevölkerung pflanzlich ernähren. Du musst dir vorstellen, wenn du mal nur Soja und solche anderen großen Ernährungsgruppen, Kichererbsen, Mais, Weizen, Dinkel, also alles, was so wirklich richtig was ausmacht, also wovon wir richtig als Grundlage der Ernährung reden. Davon wird der Großteil an Tiere verfüttert. Das heißt, er ist dann weg und der Großteil ist damit einhergehendes Wasser, das ist auch weg. Also man kann so als Daumenregel, kannst du sagen, Faustregel, ein Hamburger Patty aus Rindfleisch verbraucht einen großen, neben dir stehenden Sack, 20 Kilo, 25 Kilo Getreide. Von dem Wasser brauchen wir, also das Wasser, da brauchen wir gar nicht mit anfangen. So, jetzt jeder, der schon mal mit Getreide was gemacht hat, weiß, wie viele Hamburger Patties du aus einem 20 Kilo Sack Getreide machen kannst, nämlich unzählige sozusagen. Also da sieht man schon, also will ich jetzt ein Patty draus machen oder unzählige? Energiegehalt derselbe. Also das heißt, da siehst du schon, dass das ganz einfach wäre. Das heißt, sagen wir mal, die Wunschfee will kommen und die Menschen würden die von dir genannte Einsicht haben, dann hättest du von heute auf morgen, hättest du 70 Prozent der Landfläche werden frei, 80 oder noch mehr, weiß man nicht genau, Prozent des Wassers werden frei, je nachdem, welche Pflanzen du anbaust. Es gibt ja auch Pflanzen, die mehr oder weniger Wasser verbrauchen, aber auf jeden Fall mindestens 60 Prozent, also das ist ganz sicher, oder 70 Prozent des Wassers werden wieder verfügbar. Das können Leute dann trinken zum Beispiel, was ja auch ein Riesenproblem ist. Oder man kann es wieder in Flüssen ganz normal verwenden, die eben nicht industriell verwendet werden für Fischzucht oder sonst irgendwas. Und du hättest das Ernährungsproblem sofort gelöst. Also wenn du es jetzt rein rechnerisch hättest, also jetzt die Frage ist natürlich, ob wir den Leuten die Nahrungsmittel geben wollen oder so, aber das ist überhaupt kein Problem. Dieses Problem gibt es nicht. Das ist ein von Menschen erfundenes Problem. Wie würden wir uns da machen bei Fleisch präsentieren? Also sagen wir mal, man hätte jetzt ein Hund, der wird ja auch Fleisch haben wollen. Oder... Ja genau, da gibt es viel... Ja, da hast du recht. Katzen auch, ne? Ja genau, da gibt es viele Ansätze. Also da hängt auch sehr davon ab, sagen wir mal, wie groß du das Problem siehst. Also ich persönlich halte das Problem für sehr gering, weil diese Tiere könnte man vielleicht auch noch mit anderen Tieren, und sei es jetzt nur Tiere, die sterben oder so, füttern, aber da müsste man natürlich die Anzahl der Tiere runterfahren, das ist schon richtig. Aber sagen wir mal, das würde man nicht machen, weil du die Diskussion nicht führen willst. Ja, du willst den Leuten jetzt nicht ihre Miezen und ihr Wufis wegnehmen, sonst gibt es den nächsten Bürgerkrieg. Also gut, also das halte ich für lösbar. Du kannst die Tiere, gerade Hunde, kannst auf jeden Fall auch pflanzlich sehr gut ernähren. Das ist gut untersucht. Da gibt es auch viele Beispiele von Leuten, die das machen. Also du kannst einen Hund pflanzlich gesund ernähren. Ja, Katzen haben das größere Problem. Für Katzen ist das ein viel größeres Problem. Aber da könnte man auch fragen, ob man in der intakten Umwelt, zum Beispiel jetzt gerade, was die Katzen angeht, ob du die nicht wieder einfach Mäuse fangen lässt oder so. Da kannst du wieder fragen, möchte ich die draußen rumlaufen lassen, weil die die ganzen Sinkvögel töten. Aber das wäre schon mal gut, weil dann wärst du im Gespräch darüber, wie viel du in die Natur eingreifen willst, wie viel du nicht eingreifen willst oder ob du bestimmte Gebiete einfach abzäunst. Einfach ganz streng abzäunst und dann dürfen dann auch Hunde und Katzen nicht rein und du sorgst auch dafür, dass es wirklich passiert und laberst nicht nur. Ja, das ist aufwendig, aber ja, das geht schon. Und sei es, indem du deine Katze und deinen Hunden einen Chip zum Tracking einbaust und einfach mal guckst, wie weit die wirklich laufen. Vielleicht laufen die ja gar nicht weit weg und andere haben halt mega Bock da drauf, laufen weit weg. Dann musst du da halt dann überlegen, was du machst, ob du die dann eben in eine andere Umgebung bringst oder einzuhalst. Und dann bei Rindern, Schweinen und so weiter, das ist klar. Also alle Tiere, die hochgradig auf die Ernährung von Menschen mit Fleisch gezüchtet sind, diese Lebenslinien musst du auslaufen lassen, was aber ein Segen für die Tiere ist, weil wer schon mal Puten gesehen hat auf dem Lebenshof, da gibt es auch Videos, wenn du willst, kannst du die auch verlinken von mir, oder auch andere Lebewesen, die sind halt gar nicht dafür gebaut, älter zu werden. Also die brechen unter ihrem eigenen Körpergewicht zusammen. Also du meinst, die sind gar nicht dahin gezüchtet, älter zu werden? Genau, die sollen früh geschlachtet werden. Und das heißt, diese Lebenslinien müsste man fairerweise dann auf Lebenshöfen auslaufen lassen. Also da würdest du sagen, okay, die kastrieren wir oder was auch immer man da machen möchte. Und diese Tiere, die jetzt eigentlich unter ihrem eigenen Leben leiden, also das wäre jetzt meine Technik, die lässt man so, wie sie halt sind, zu Ende leben. Das können wir nicht mehr ändern, aber versuchen, ihnen ein gutes Leben zu geben. Das sieht man auf den Lebenshöfen auch. Das funktioniert, finde ich auch sehr, sehr, sehr gut. Sozusagen würdevoll, würde man vielleicht sagen, ich würde das biologisch, den Begriff nicht verwenden, aber einfach so, dass sie das bestmögliche Leben noch haben, was sie haben können. Und danach sollen aber diese Linien nicht weitergeführt werden, weil das halt eine endlose Qual für die Tiere ist. Aber das wäre eine von vielen Möglichkeiten. Ich halte es aber im Gesamtzusammenhang zu der Frage, was Menschen tun können, für nicht so vorrangig. Weil das kriegst du dann in einer Gesellschaft, die sich entschieden hat, vernünftig zu leben, so dass unsere Lebensgrundlagen erhalten bleiben, kriegst du das Problem, glaube ich, in Gesprächen so gelöst, dass alle zufrieden sind oder die meisten zufrieden sind. Aber das größere Problem ist, die Menschen müssen sich erstmal vernünftig verhalten, sozusagen, wenn du so willst, für sich selbst und einsehen, dass sie das nicht über den Rest der Natur können. Wenn der Schritt erstmal vollzogen ist, dann denke ich, den Rest kriegst du dann schon besprochen. Ja, das klingt schon wie ein episches Projekt. Also, dass du das wirklich global vermittelt bekommst. Also, das ist wieder ein Bild. Okay, stoppte gerade. Ja, ich bin, ja, ist wieder aufgefrozen. Alles gut. Ja, also, ich habe den Eindruck, so gut, dass Christus vielleicht fünf, vielleicht auch 15 Prozent vermittelt, aber, und das schon in einem Industrieland, aber global schon gar nicht. Dann stößt du auch auf Tradition, Bräuche und Gewohnheiten. Ja, aber Traditionen brechen auch sehr stark. Also, PETA, die große Tierschutz- oder Tierrechts, nicht Tierschutz, Tierrechtsorganisation, die hat auch einen großen Slogan, Fuck Tradition, schon sehr lange immer zu Weihnachten, dass man halt dann nicht mehr die Gänsebraten essen soll, obwohl man nur die Bilder von den todgefolterten Tieren im Kopf hat, nur weil alle anderen das jetzt essen wollen. Also, ich denke, das mit der Tradition erledigt sich sowieso von selbst. Also, wenn die Welt so weiter, so schnell sich weiterentwickelt, gesellschaftlich, wie wir das jetzt haben, dann spielt das mit den Traditionen keine so große Rolle mehr. Aber ich würde es mal ganz ohne Ethik, ohne Moral und so weiter, ganz biologistisch und so sagen, wenn die Menschen keinen Bock haben, dann haben sie halt keinen Bock. Dann geht das halt alles unter und dann sollen sie aber halt nicht heulen. Ganz einfach. Und das meine ich nett. Ich meine das wirklich nett. Das ist wie wenn einer Kette raucht und er hat COPD. Kennt, glaube ich, jeder so jemanden. Zumindest, wenn ihr was älter seid. Die Jüngeren jetzt vielleicht nicht. Aber wir Älteren kennen garantiert alle so jemanden. Oder Alkoholiker und Alkoholikerinnen, die halt eigentlich schon die Einsicht haben, aber sagen, ist mir jetzt auch egal. Mein Leben ist sowieso zerfallen. Und dagegen kannst du nichts machen. Also wenn die Leute in diesen Suizidmodus kommen, da kannst du nichts gegen machen. Dann gehen halt die Kulturen, die wir kennen, unter. Ist ja nicht das erste Mal. Ist ja nicht so, als ob das nicht schon oft passiert wäre. Also insofern. Das von dir besprochene, ja das Interesse am Tierwohl, ist das auch in verschiedenen Religionen unterschiedlich ausgeprägt? Also ist das ein christliches Phänomen? Oder ist das auch im muslimischen Raum oder im jüdischen Raum verbreitet? Oder ist das ein rein christliches Phänomen? Nee, das ist ein Problem in allen Religionen. Nee, nee, das ist eine gute Frage. Also das ist in allen Religionen, ehrlich gesagt, ähnlich schwierig. Also ich habe zum Beispiel mal in Indien gearbeitet und da war das so, dass zumindest vegetarische Speisen oder so, das war überhaupt nicht gekennzeichnet. Es gab überhaupt, es gab nicht einen einzigen Laden, wo es keine vegetarischen Sachen gab. Das kommt daher, weil man gesagt hat, wir wollen den Tieren ein bestimmtes Wohl sozusagen zufügen, nur die benutzen halt Käse und Milch und sowas. Oder Käse hauptsächlich. Das ist so eine bestimmte Art von Käse. Nicht so wie wir den kennen, aber anders. Und da ist das eigentlich durchaus, sagen wir mal philosophisch, also die sagen ja selber oft auch, das ist keine Religion, sondern philosophische Strömung. Also einigen wir uns mal drauf, es ist eine gesellschaftliche Einstellung so. Also eine bindende gesellschaftliche Einstellung. Aber du findest natürlich überall dann das von dir auch schon angedeutete Problem, dass die Leute sagen, ja okay, verboten ist es ja nicht. Dann kann ich ja, wenn ich jetzt Zugang zu größerem Luxus haben möchte, also ein Steak mit einer bestimmten Salzsorte und einem Goldüberzug, dann möchte ich das jetzt halt haben, weil sowas soll es. Und das kann natürlich immer passieren, unabhängig von der Religion oder von der Glaubensgemeinschaft oder von dem, was du glaubst, was du glaubst. Weil meine Erfahrung ist, weltweit, Menschen benehmen sich halt nicht so, wie sie es behaupten. Also das kann jeder mal selber ausprobieren, der hier zuguckt oder zuhört. Geht mal zu euren Eltern, sagt mal, pass auf, Mama, Papa oder Oma, Opa, erzählt mir mal in zehn Minuten die wichtigsten Grundlagen eurer Lebensentscheidungen. Und dann könnt ihr ja mal prüfen, sofern ihr Zugang dazu habt, ob sie das überhaupt durchgezogen haben in ihrem Leben oder welche feststellen, wahrscheinlich an entscheidenden Stellen nicht. Und das ist in jeder Glaubensgemeinschaft so. Natürlich auch. Die Leute sagen dann halt, okay, das und das verbiert uns der Glauben, zum Beispiel jetzt Schweinefleisch zu essen. Das passiert dann auch vielleicht. Aber dann machen sie halt irgendwas anderes, essen anderes Fleisch. Oder die Fremdgepproblematik, die ich hier immer so als scheinbar harmloses Beispiel nehme, ist bei Alkohol dann bekannt. Es gibt viele Religionsgemeinschaften, wo angeblich kein Alkohol getrunken wird, machen sie dann aber doch, wenn keiner hinguckt. Bei Christen kennt man das auch, Fleischkonsum zu Fastenzeiten, wo dann Biber, die Tiere oder Schnecken oder irgendwas anderes dann einfach, oder Fische als nicht Fleisch erklärt wurden, im katholischen Raum sehr, sehr weit verbreitet. Insofern ist es eigentlich uninteressant. Also ich finde, die Religionen spielen da überhaupt gar keine Rolle. Also die sind raus. Die Religionen haben ihre Untauglichkeit mehr als bewiesen. Weil Menschen so sind, wie sie sind und weil die Religionen nur eine Ausformung dessen sind, wie Menschen sind, spielen sie keine Rolle bei der Problemlösung. Ja. Die Frage war in die Richtung, ob da große Unterschiede sind. Aber letzten Endes würdest du sagen, also dass dieses große Interesse am Tier wohl eher ein atheistisches Phänomen ist, wenn du so willst, oder? Noch nicht mal, leider. Ah ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, nee, nee. Also leider ist es auch so, dass du im Bereich von Agnostik, Atheismus, Religionsfeindlichkeit, Religionsfreiheit, Anarchie, egal was du da nimmst, da bohrst du ganz dicke Bretter. Also ich rede ja auf solchen Kongressen auch. Ja. Also ich bin ja sowohl Redner bei sehr strukturkonservativen Organisationen und sehr Alten, als auch bei sehr Jungen, sehr Linken, alles Mögliche. Und also gerade im Naturschutzbereich, gar nicht jetzt im Tierschutz und Tierwohlbereich, sondern im reinen Umweltschutzbereich, da bin ich der Freak. Ich halte regelmäßig, die sind auch im Netz, kannst du eventuell auch verlinken, ich bin regelmäßig der, der bei Umweltschutzorganisationen sagt, also zwei Sachen verstehe ich nicht. Also das Mindeste, wenn wir mal das, was jetzt hier drei Tage besprochen wurde, das Allermindeste, was jeder von euch tun kann, ist, ihr wechselt zu zum Beispiel Greenpeace Energy, die nachweislich und nicht nur durch Greenwashing den ökologisch möglichen Stromzugang liefern, Energiezugang, das kostet gar nichts. Die machen das für euch, ihr füllt einen Zettel aus oder im Netz schnell per Handy und den Rest machen die. Ihr müsst euch noch nicht mal abmelden bei eurem alten Dienstleister. Also einfacher geht es nicht. Das dauert eine Minute und kostet euch gar nichts, außer dass ihr dann im Jahr, wenn ihr Pech habt, zahlt ihr vielleicht 20 Euro oder 30 Euro mehr. Also das spielt aber keine Rolle, weil wenn ihr einmal mit euren Kids essen geht oder so, dann zahlt ihr wahrscheinlich an dem Abend 70 Euro oder 100 Euro, also was soll's. Also das ist lächerlich, aufs Jahr umgerechnet. Und das Zweite ist eben tierfreie Lebensweise. Das kommt bei jedem Kongress raus. Und selbst die Umweltschutzorganisationen kriegen das nicht hin. Also deswegen, da brauchst du, deswegen, also Religionen machen keinen Unterschied, aber auch die anderen möglichen Einstellungen und leider eben auch Atheismus und so weiter nicht. Du hast natürlich häufig dieses Zusammenspiel von Umweltschutz und Atheismus. Du hast aber auch im ultrakonservativen Bereich sehr starke Umweltschutzbestrebungen. Ich glaube, man muss auch sehr stark unterscheiden zwischen Tierwohl, Wissenschaft erstens, zweitens den wissenschaftlich bekannten Methoden und drittens Umweltschutz. Diese drei Bereiche berühren sich häufig überhaupt gar nicht. Ja. Nur ist es ja so, dass Utopien und Dystopien eben selten durch Einsicht von Menschen irgendwie entstehen, sondern zum Beispiel viele Dystopien sind eher, dass Staaten Hierarchien entwickeln und ja im Prinzip übergriffig werden und entweder ja wie bei Huxley so eine Gesellschaft, die quasi eine Wohlfühldroge bekommt und wo aber auch eine Euthanasie stattfindet und wir züchten die Leute so, wie wir sie jetzt in unserer Gesellschaft brauchen und einige werden dann halt etwas dümmer gezüchtet für einfache Tätigkeiten und andere etwas schlauer. Bei Orwell ist ja eher so, ja, wir haben im Prinzip einen totalitären Staat, der auch eine Bedrohung von außen suggeriert, die Sprache unorganisiert und so weiter. Ja, also da ist so, dass das irgendwie immer Machthaber gibt, eine Elite gibt, die im Prinzip ja eine Herrscherklasse bildet und die meint, wir müssen die Gesellschaft jetzt so und so gestalten. Wo siehst du das denn im Moment entstehen oder siehst du das gar nicht entstehen? Ich sehe, dass Bürger und Bürgerinnen dazu neigen. Das hat man ja gesehen bei diesem Märchen, was nach dem Krieg entstanden ist in Deutschland, dass Hitler die Macht übernommen hätte und alle mit seiner Schlangenzunge verzaubert hätte und alle ermordet hätte, die im Weg standen. Und das stimmt ja überhaupt nicht. Also der ist ja ganz normal gewählt worden und wenn du dir die beliebige Veröffentlichung, die so kleine Schlaglichter auf die Zeit werfen, auch in Österreich anguckst, siehst du, dass eigentlich die Menschen, das sieht man am besten eigentlich bei der Judenverfolgung, da kann man es am leichtesten sehen, weil da ist es auch am deutlichsten untersucht. Aber auch an anderen Beispielen siehst du eigentlich sehr gut, dass die Leute da mitgegangen sind. Also klassische Begründungen, wenn mal jemand darüber redet und mal Aussagen dazu gemacht hat, waren ja zum Beispiel, das war alles, also wir hatten eine Strukturversteinerung, wir hatten Finanzkrisen durchlebt, wir hatten persönliche, sehr starke Verluste, wirtschaftlicher Art und sonstiger Art erlitten. Und wir wollten einfach mal, dass das so wie, das sind jetzt meine Worte, dass das so eine Art Neustart, mal so, dass das jetzt mal junge Leute neu in die Hand nehmen, auch mal ruhig ein bisschen mit Schmackes und so. Und ich habe mich da immer gewundert, wie dieses Märchen, dieses Schlangenzungen-Ding da hinterher daraus entstanden ist, weil so war es einfach nicht. Und zumindest nicht der Datenlage nach, und es gibt ja zehntausende von Veröffentlichungen dazu. Naja, deswegen würde ich sagen, ich sehe es im Moment immer dort, wo so ein bisschen, also wo halt starke Wirtschaftszusammenbrüche sind, aber es muss nicht passieren. Und das finde ich eigentlich, weil du vorhin auch nach Chancen gefragt hast, das finde ich eigentlich das Interessante. Also nehmen wir zum Beispiel mal Ungarn, Rumänien, Kolumbien und Argentinien. Und dann siehst du, dass in manchen Ländern trotz ähnlichem Chaos, wenn du jetzt mal Argentinien und Kolumbien vergleichst, in Argentinien entsteht so eine totalitäre Struktur und in Kolumbien nicht. Obwohl die eigentlich sogar noch viel größere Probleme hatten, weil die noch, man hätte das vielleicht da durchsetzen können, indem man sagt, wie in den Philippinen, der letzte Machthaber, der gesagt hat, ist mir jetzt alles scheißegal, das ist jetzt ein Krieg gegen Drogen und Ende des Gesprächs. Alles andere können wir dann in fünf Jahren mal drüber reden. Haben die aber nicht gemacht. Sondern da ist eben keine Diktatur entstanden, während in Argentinien ist es passiert. Oder wenn du jetzt mal Ungarn und Rumänien nimmst, denn Ungarn und Rumänien haben beide wirtschaftlich außerordentlich schwach, also man muss wirklich mal hingefahren sein, um das zu verstehen. Die meisten, die da noch nie waren, machen sich überhaupt keinen Begriff davon, wie stark das im Alltag die Armut da ausgeprägt ist oder die Strukturschwäche. Und in Ungarn hast du eher so ein bisschen, je nachdem, wie du politisch eingestellt bist, aber so auf jeden Fall eher schon so komisch rechtere oder konservative, nationalistischere Tendenzen. Während in Rumänien, wo Nationalismus eigentlich schon immer eine sehr große Rolle gespielt hat, um das Land auch zusammenzuhalten, diese drei Landesteile, die eigentlich so historisch nicht so richtig zusammengehören, da siehst du das jetzt eigentlich nicht so, dass da jetzt dieser diktatorische Nationalismus durchschreibt. Also ich würde sagen, das ist eine Sache, die zu sehr von anderen Umweltbedingungen noch abhängt und von Stimmungen und Strömungen, die durchaus im Handlungsspielraum des Einzelnen liegen. Also es gibt immer mal wieder Einzelne, die auch einfach ernst genommen werden, auch in so entstehenden rechtskonservativ-nationalistischen Umfeldern, wo dann auf einmal von der Bevölkerung, aber eine liberale Person sehr wertgeschätzt wird, sodass man die nicht einfach beseitigen kann, staatlicherseits. Also ich sehe da, wenn du so die Daten anguckst, über sagen wir mal, jetzt nehmen wir mal nur die letzten 200 Jahre oder so. Ja. Oder die letzten 100 Jahre. Oder 150, so. Das ist gut. Die letzten 150. Dann sehe ich da eigentlich keine erkennbare Logik und du weißt auch nicht, wie es weitergeht. Also du weißt zum Beispiel nicht, ob Ungarn jetzt nicht zum Beispiel, oder Polen ist auch ein sehr gutes Beispiel, ob Ungarn und Polen nicht super moderne Staaten werden. Also ob das nicht voll digital, aus dieser Armut und Schwäche heraus, dass sie sagen, okay, jetzt reicht's, wir digitalisieren uns jetzt mal radikal, wir, anstatt zum Beispiel, was du in Rumänien siehst, zum Beispiel, wenn du in Rumänien zur Post gehst, das sind riesige leerstehende Gebäude, es gibt keine Quittungen mehr, nichts ist mehr da, noch nicht mal mehr ein Kugelschreiber. Und du fragst dich, warum existiert das überhaupt noch? Die Post wird auch kaum transportiert. Also das ist ein reines Glücksspiel, ob deine Briefe oder Postkarten transportiert werden oder nicht. In Polen auch manchmal auch, Pakete aus Polen zu verschicken, das kannst du auch fast vergessen, selbst mit DHL, die verschwinden auch mit unvorhersehbarer Weise, mal ja, mal nein. Und, aber das kann das Gegenteil passieren, dass die Ultramodernen und auf ihre Art Vorreiter werden, nur auf eine Art, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Und Nationalismus kann, muss ja nichts Schlechtes sein. Ich meine, Deutschland, wenn du Deutschland für einen guten Staat halten solltest, ist ja auch durch Nationalismus geprägt worden. Die Regionen haben nicht zusammengehalten. Ich meine, nicht umsonst gibt es den Freistaat Thüringen, den Freistaat Sachsen, den Freistaat Bayern, weil die halt einfach nicht dazugehören wollten. Und dann hat man das mit einer großen nationalistischen Kampagne zusammengeschweißt, auch kulturell, deutsches Lied gut und deutsche Komponisten und deutsche Werte und das hat geklappt und jetzt haben wir halt Deutschland. Ja, aber, also zwei Sachen würde ich gerne anmerken. Also das eine, was du sagtest, ja, dass diese Ermächtigung, wie du sagst, das mit der Schlangenzunge, also dass das letzten Endes da der große Diktator das Volk aufpeitscht und das Volk verführt worden ist. Ja, dass das Volk da auch letzten Endes ein Bedürfnis selber hatte oder ja, hast du da auch den Eindruck, dass diese Pole, also so Machthaber und Volk sich auch gegenseitig pushen können. Also das Volk sagt, so wir wollen hier in die Richtung und darüber fühlt sich dann wieder dieser Diktator oder sonst wer, also die Regierung ermächtigt und pusht sich halt weiter hoch. Und das gibt so eine unheilige Spirale, die sich gegenseitig verstärkt. Ja, kann ich, kann ich, also aus allem, was ich überschauen kann, also Lateinamerika, Mittelamerika, kleine Teile von Asien, Zentraleuropa, also das ist das Einzige, was ich überschauen kann, da ist das auf jeden Fall so. Also du musst, deswegen habe ich vorhin gesagt, die wichtigste Säule ist unbedingt, Wahlen und Abwahlen zu ermöglichen. Also natürlich faire und ehrliche, transparente Wahlen und Abwahlen, nicht die gefakten, weil genau aus dem Grund, den du da schilderst, weil wenn die Leute den Eindruck kriegen, hier wird jetzt doch in einer Weise, die uns nicht gefällt, Korruption, Machtmissbrauch oder diese Ermächtigung, die diktatorische oder wie auch immer, betrieben, ja, ja, da stimme ich dir vollständig zu. Da muss man, man muss den Anfängen wehren können. Das muss unbedingt in der Macht der Leute liegen, ja. Ja, das Problem ist natürlich, das setzt ja natürlich alles auch den mündigen Wähler voraus und da kann es schon wieder eng werden, wenn du das Bildungssystem in der Hand hast oder die Medien in der Hand hast, dann kannst du ein Volk halt so informieren und so bilden, dass die falschen Entscheidungen trifft. Absolut, das ist völlig richtig, das sehen wir ja. Also wenn du zum Beispiel, ich mache ja manchmal Statements wegen Corona für russische Sender, ich glaube, ich bin wahrscheinlich der einzige deutsche Forscher, der regelmäßig in russischen, gibt es ja nur Regierungssender, in Regierungssendern auftaucht und was erklärt, das senden die auch unzensiert. Also die nehmen natürlich nur sehr kurze Snippets und reden dann russisch drüber logischerweise, aber ich weiß ja, was ich gesagt habe und ich sehe ja, was sie dann hinterher senden und das ist nicht verfälscht. Also zum Beispiel dieser ständige Hass, der RT und allen anderen russischen Sendern entgegenströmt, der ist halt sehr doppelschneidig, weil da passiert nämlich genau das, was du sagst, auf eine negative Art, du entmächtigst die, die Information aus einer anderen Quelle einzuspeisen, weil wenn alle sagen, ja, das ist ein scheiß Sender, der nur lügt und ich rede nicht mit denen oder in Deutschland mit der Bild-Zeitung, da kann das auch passieren, ja, dann ist es klar, dass natürlich die Information auch zusätzlich durch dieses von dir anders genannte Zusammenspiel so wegdriften kann. Also das gibt es auf allen Ebenen, aber, und das ist das Zweite, was ich vorhin ja schon erwähnt hatte, ist, dass die Menschen, die Jüngeren natürlich einfach super viele Informationen, insbesondere jetzt durch TikTok, das kann man gar nicht hoch genug bewerten, haben, aus völlig anderen Umgebungen. Also das auf einmal die Beleibten, die Mageren, die Leute mit anderen Hautfarben und zwar auch krankhaften Hautveränderungen, nicht jetzt nur dunkel- oder hellfarbig, depressive, hyperaktive, also alles das, was schon normalerweise nicht mehr so in deiner Alltagswahrnehmung liegt, dass die so viele gemeinsame Interessen mit dir haben, dass die offenbar gar nicht so anders sein können als du. Und dann, damit kommt natürlich dann staatliche Propaganda an sehr, sehr schwierige Grenzen. Weil wenn die Leute wissen von ihrem TikTok jeden Tag, dass die anderen Leute gar nicht so anders sind oder so dumm oder so grausam oder so verlogen oder sonst irgendwas, wie das scheint, dann wird das sehr, sehr schwierig, die Mediensteuerung zu übernehmen. Das versuchen ja viele Medien, sehen wir ja in Deutschland, das ist ja sehr offen erkennbar, welches Medium dir was verkaufen will, inhaltlich. Die Kids interessiert das nicht mehr. Die Kids sind voll komplett davon abgekoppelt, ist denen scheißegal. Naja gut, aber du hast ja auch so einerseits über Big Data, aber auch durch so Sachen wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz die Möglichkeit da einzugreifen. Also wenn du sagst, so liebes YouTube, wenn du das und das zulässt und versendest, dann kriegst du drakonische Strafen. Das führt dann dazu, dass Bots eingesetzt werden, die halt nach Schlagwörtern suchen und dann fliegen halt sehr viele Inhalte raus. Also zum Beispiel, wir hatten ja mal so ein Interview über diese Covid Chronicles, da hatte ich dich auch interviewt, da ist ein anderes Interview rausgeflogen worden und da war einfach ein Tattoo-Studio-Betreiber, der überhaupt nichts Medizinisches gesagt hat, flog aber raus, weil er medizinische Desinformation verbreiten würde. Also der hat sich überhaupt nicht dazu geäußert, zur Medizin, sondern nur wie er seinen Laden jetzt führt. Ja, ja, klar. Ja, ja, nee, nee, das ist klar. Also das hast du in allen Ländern. Also die, du hast, also das reicht vom eitlen Diktator, der einfach nicht möchte, dass irgendwie, jetzt hier ist gerade passiert, im Dezember 2021, wo wir gerade miteinander reden, dass der chinesische Machthaber über so eine kleine Kulturinstitution, Konfuzius-Institut in Deutschland da nicht möchte, dass irgendwie sein Buch besprochen wird, frei, sondern es soll nur positiv besprochen werden, dies und das. Also das hast du sowieso, also die eitlen Machthaber. Das hast du aber auch bei unserer früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel gehabt, zum Beispiel wir von der Partei, ich bin ja Nordrhein-Westfalen-Vorsitzender der Partei Die Partei, schon sehr lange und da ist irgendeiner nicht von uns aus Nordrhein-Westfalen oder von uns hingegangen und hat so ein Schild gebastelt, Angela Merkel ist dick und da ist sie aus einem Auto gestiegen und das wusste der ungefähr, wo die aussteigen würde und hat das Schild so in die Kamera gehalten, dass das mit auf dem Foto war. Und am nächsten Tag ist eine zweitägige Kampagne auf Seite 2 der Bild gelaufen, dass Angela Merkel sich sehr gesund ernährt. Also, 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 und ich meine, da kannst du jetzt sagen, ja gut, was soll's, da kann man drüber lachen, aber du siehst auf jeden Fall, intern ist irgendwas passiert. Also sagen wir mal, der eitle Machthaber, der kann auch, der kann auch grunddemokratisch, grundehrlich, grundwissenschaftlich sein, also der eitle Mensch an sich, der wird natürlich sowieso immer versuchen, auf die Medien einzuwirken. Dann hast du diese von dir genannten Gesetze, die natürlich dazu führen sollen, dass in irgendeiner Lage, die unbeherrschbar scheint oder wo, wo man bestimmte Befürchtungen hat, die Destabilisierungsbefürchtungen hat, dass man da dann eingreift. Das gibt's auch immer und überall. Das wurde früher zum Beispiel darüber gemacht, dass in Deutschland die Medien bestimmten politischen Parteien gehört haben. Also, wer das noch nicht gehört hat von den Jüngeren, das könnt ihr mal googeln. Also, alle großen Zeitungen, das war ein sehr jahrzehntelanger Machtkampf im Nachkriegsdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, haben bestimmten, also der CDU oder der SPD gehört über irgendwelche Gesellschaften. Das war sehr, sehr ausgeprägt. Da muss man auch nicht weiterreden. Dann hast du natürlich die Probleme der geheimdienstlichen Steuerung, zum Beispiel, was jetzt Suchmaschinen angeht, TikTok angeht und so weiter, die einfach in Wirklichkeit ganz andere Daten absammeln als die, die du da scheinbar verwendest. Das gibt's auch schon immer. Das wurde schon immer gemacht. Also, ich sehe da jetzt keine großen Veränderungen in dem Gefahrenpotenzial, weil, wie gesagt, Big Data kannst du auch erzeugen, indem du, wie in der DDR, einfach jeden so zu filtern in der Bevölkerung durch kleine Vorteile oder Bedrohungen oder durch irgendwas zu einem kleinen Spion machst. Da brauchst du keine Handydatenüberwachung und keine Gesetze, die bestimmte Informationen aus dem Netz filtern. Also dieses Problem gibt's immer. Also das ist, das war das, was ich vorhin meinte, da muss man den Anfängen unbedingt wehren und dazu muss die Bevölkerung sich die Mittel in die Hand nehmen, durch Wahlen oder was auch immer gerade in dem Moment möglich ist. Mein persönlicher Eindruck ist, dass eigentlich diese Zensur im Netz weiter fortschreitet und es fing an mit, okay, Sachen, die wirklich bedrohlich sind oder die wirklich illegal sind, dann war es irgendwelche rechtsradikalen Sachen, die verboten wurden oder irgendwelche Hassrede im Netz und plötzlich waren es Sachen, die der Regierung einfach nicht passen irgendwie. Und da kriegt das halt so einen sehr ungünstigen Spin und auch einen antidemokratischen Spin, wo einfach diese Vielfalt plötzlich gar nicht möglich wird und die Leute dann auf andere Plattformen ausweichen. Aber also wirklich, das war wirklich schon immer so. Also wer das mal möchte, kann man mit Leuten, wenn die noch leben, so mit älteren Leuten aus der DDR reden. Also dieses Ausweichen auf andere Techniken, andere Möglichkeiten, andere technische Wege, andere soziale Wege, das gab es schon immer und das kenne ich aus allen Ländern. Also die Tatsache, dass der Staat da Einfluss nehmen will und auch technisch Einfluss nehmen will oder durch Medien Einfluss nehmen will, das ist immer so, immer. Aber die Frage ist halt, wie sehr bringen sich die Menschen ein, um dagegen etwas Sinnvolles, Soziales, Vernünftiges, Nicht-Hassgetriebenes zu tun. Zum Beispiel, nehmen wir mal Hassrede. Ich meine, was willst du machen? Du kannst jetzt sagen, okay, wir lassen das zu, zum Beispiel bei uns auf den Webseiten, wir haben ja fast eine Million Leute, die uns in irgendeiner Weise folgen auf den verschiedenen Kanälen. Da sagen wir halt, wir lassen alles, was eine Meinungsäußerung ist, zu, aber keine Desinformation. Okay, das ist jetzt unsere Entscheidung. Jetzt kannst du natürlich sagen, wie du das vorhin geschildert hast, medizinische Desinformation, auch wenn sie von jemandem kommt, der selbst kein Mediziner ist, sondern jetzt Tätowierer, die schneiden wir ab. Da würden, das wäre jetzt dann zum Beispiel eine Einzelfallentscheidung. Und so ist das die ganze Zeit. Also ich sehe da keine Verschlimmerung, weil du hast halt genügend Ausweichmöglichkeiten, nur der Handlungsspielraum des Einzelnen ist halt ungewohnt. Zum Beispiel, wenn du nach China gehst, machen die Leute das halt anders, ihren Handlungsspielraum nutzen, weil es halt sehr gefährlich sein kann, je nachdem, was für einen Beruf du hast, als meinetwegen in Ungarn oder in Rumänien, wo das eigentlich am Ende des Tages jetzt keine schwerwiegenden Folgen für dich hat, wenn du dann doch mal eine andere Meinung äußerst, bis hin zu den schon immer bestehenden indirekten Berufseinschränkungen oder Verboten, die du zum Beispiel in einer konservativen Organisation hast, zum Beispiel unter Juristen und Juristinnen. Also wenn du ein sehr aufgeklärter, linksliberaler Jurist oder Juristin bist, hast du schon immer Probleme bekommen, weil das eher ein strukturkonservatives Fach ist. Also da war das immer gleich schlimm, meiner Meinung nach. Außer jetzt in Diktaturen, das ist noch was anderes. Also insofern. Ja, wobei ja natürlich, also klar, man kann ausweichen, aber man hat natürlich eine ganz andere Reichweite. Also es haben sich ja tatsächlich Monopole gebildet. Also man kann ja sagen, YouTube ist einfach so groß, es gibt einfach nichts Vergleichbares. Es bilden sich halt kleine Sachen, aber von der Reichweite ist ja ein Witz. Und Google ist auch, na gut, das ist ja auch letzten Endes ein Ding, aber diese ganze Meta-Sache, also Facebook und so weiter, ist einfach ein derartig großes Teil geworden. Ja, da ist ja auch kein, nichts in Sicht, was jetzt das ersetzen würde von der Reichweite, ja. Aber da sind wir genau bei dem Punkt mit Hitlers Schlangenzunge. Die Menschen wollen das so. Niemand muss bei YouTube, musste als das sozusagen, du hast ja vorhin davon geredet, von diesem Emporschaukel. Niemand musste Facebook oder YouTube so groß machen. Die haben das nicht gemacht. Also das ist im freien Wettbewerb entstanden und die Menschen haben sich entschieden, das kann ich dir auch gleich aus dem kriminalistischen Bereich noch sagen, die Menschen haben sich entschieden, ihre Daten rauszugeben und damit natürlich auch die von dir genannte, dieses Macht-Hin-und-Her-Gependle. Ich kann dir das mal aus dem kriminalistischen Bereich sagen, es gibt es seit ungefähr zwei Jahren, so dass es gut funktioniert, die Technik, das heißt Familial DNA, das funktioniert so, du nimmst eine Tatortspur und dann guckst du, ob du irgendwo Teile dieser Erbsubstanz, Blut von dem Blut oder Sperma, wo die Erbsubstanz drin ist, ob du das in diesen riesen DNA-Datenbanken findest mit richterlicher Erlaubnis. Aber die Datenbanken sind da. Was die meisten nicht wissen, das sind überhaupt nicht die DNA-Datenbanken vom Bundeskriminalamt, Landeskriminalamt oder sonst wem, sondern das sind, wenn du diese Familial DNA machst, die sehr aufwendig ist noch, aber gut, das ist eine Frage von Jahren, dann ist es nicht mehr aufwendig, weil du da die Rechnerleistung nur ein bisschen erhöhen musst und dergleichen. Und das sind alles Datenspenden. Also wir reden hier von Datenbanken, die zigmal so groß sind wie jede Datenbank, die bei den polizeilichen oder sonstigen behördlichen Einrichtungen liegen und das sind alles Datenspenden. Die Menschen haben sich entschieden, das zu machen. Die Menschen haben sich entschieden, zu YouTube zu gehen. Die Menschen haben sich entschieden, zu Facebook zu gehen. Da kannst du nichts machen. Da sind wir beim Einsichtsproblem. Wenn die Menschen das nicht einsehen, dann kannst du nichts machen. Dann fährt das Ding halt gegen die Wand. Na gut, also zum Beispiel nehmen wir mal Orpel. Da war eine Aussage, man braucht im Prinzip nicht alle kontrollieren. Du musst 10, 5 oder vielleicht nur 2% kontrollieren, die kritisch sind, die den System gefährlich werden können. Der Rest ist Herde und läuft sowieso nach der Mehrheitsentscheidung so mit. Das heißt, wenn jetzt so ein System in der Lage ist, diese 2, 5% mundtot zu machen und denen die Stimme zu nehmen oder die sogar mit Repressalien zu belegen, dann hat das System ja gewonnen. Ja, das ist richtig, wenn du von Systemwechseln sprichst, aber davon rede ich ja nicht. Ich rede jetzt von zum Beispiel, kannst du auch verlinken, wenn du willst, kann man aber auch sehr leicht in jeder Suchmaschine finden, die Auschwitz-Prozesse aus Frankfurt am Main. Die hat ein sehr interessanter Mann, ein Staatsanwalt hat das durchgefochten, dass das ein gebündeltes Verfahren wird und dass das in einem Verfahren, nicht in getrennten Verfahren, verhandelt wird. Und man hat dann alle genommen, denen man habhaft werden konnte. Der Apotheker, der Wachmann, der Besoffene, der Jüngling, der sich da, der nicht an die Front wollte. Die sind dann alle da angeklagt worden. Und da siehst du genau, dass eben die 2% nicht das Problem sind. Das Problem ist leider die Herde. Das ist zwar eine sehr, sehr schöne Fantasie zu sagen, wenn ich 2% kontrolliere, habe ich die Kontrolle. Und wie gesagt, stimmt auch für Systemwechsel. Das stimmt auf jeden Fall. Aber es gibt kein einziges Beispiel dafür, auch der Untergang der DDR und alles andere, wo das jemals, sagen wir mal, relevant gewesen wäre. Die Aussage stimmt, aber sie stimmt nicht für das, was wir sehen. Im Dritten Reich haben nur ausschließlich normallos mitgemacht. Das ist millionenfach bewiesen. Wer sich damit noch nie beschäftigt hat und glaubt, dass das eben wirklich irgendwie anders passiert wäre, schaut euch beliebige Literatur an, fresst euch da mal so ein bisschen rein oder hört euch einfach mal so, ich würde mir mindestens 40 Stunden nehmen. Besser noch 80 oder 100 Stunden. Und in die kristallklaren Aussagen, sowohl inhaltlich, weil der Prozess sehr sachlich und zack, zack und ordentlich und menschlich geführt wurde vom Vorsitzenden Richter. Da gibt es Mitschriften, es knackst nicht. Das ist so, als ob die neben dir sitzen. Also der Ton ist perfekt. Und sich einfach anhören. Das Problem ist die Herde, weil wenn die Herde nicht mitmacht beim Ausknipsen der 2%, dann kann die Regierung auch nichts machen, weil, das hast du jetzt gesehen, in Russland teilweise gibt es das ja schon oder gab es zwischendurch mal, in Rumänien, in der DDR, in vielen anderen Ländern. Wenn die Herde auf die Straße geht, dann kannst du nichts mehr machen, weil du kannst ein paar Mal in die Herde reinballern, du kannst Desinformationen machen, du kannst alles machen, aber du kannst gegen die Herde überhaupt nichts machen. Das Problem ist die Herde und nicht die 2%, außer, und da stimmt die Aussage, in den Fällen, wo es jetzt um radikale Systemwechsel geht, aber über die rede ich ja gar nicht. Ich rede ja davon, dass die Leute sich in ihrem gemütlichen Opium fürs Volk oder wie du das genannt hast, wie soll ich sagen, das einkleben und das süß machen und das gemütlich machen, wenn die Leute da keinen Bock mehr drauf haben, dann kommt der Rest nicht mehr zum Tragen. Also da muss man keine Angst vor haben. Das kann immer passieren. Das kann immer passieren, dass du eine totale Diktatur hast, die tatsächlich dann die ganzen Dissidenten, Journalisten und so weiter umbringt. Passiert ja jeden Tag. Sehen wir ja auch. Ja, man muss ja nicht mal umbringen. Also es reicht ja, wenn man die Handlung unfähig macht im Grunde. Genau, genau. Berufsunfähig machen, Mundtot machen, Zugang zu Medikament. Klar, keine Frage, aber das ist ein Nebenschauplatz. Wer wirklich was ändern möchte, muss sich um die Herde kümmern. Und das geht. Also das kannst du machen, weil in der Herde, solange du da eingebettet bist, wirst du ja nicht verlacht. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, weil ich es gerade erzählt habe mit den Konzentrationslagern. Die Aufseher und Aufseherinnen, die haben ja alle völlig nachvollziehbar gesagt, es gab natürlich auch ein paar Sadisten, also krankhafte Sadisten. Ja, klar, nicht so ein paar. Du hast ein paar Prozent. Es gab ein paar Leute, denen einfach alles egal war, also brutale Arschlöcher, also Antisoziale. Klar, gab es natürlich alles. Aber der Großteil der Leute sind einfach Herde gewesen, die sich gesagt hat, okay, das Ding ist irgendwann bald vorbei, dann ist das an uns vorübergezogen. Ich habe hier eine halbwegs sichere Position, habe ich hier meinen Kopf unter Radar gehalten und fertig. Die Leute sind das Problem. Und deswegen, ich greife das gar nicht an, was du da sagst, aber ich halte es für einen absoluten Nebenschauplatz, aus allem, was ich bisher in meinem Leben gesehen habe und gelesen habe und gehört habe. Na gut, aber wenn Machthaber quasi die Möglichkeit haben, eben die Menge, die Massen irgendwie zu beeinflussen durch Medien und so weiter und auch naja, so ein System schaffen, was letzten Endes, also dieses Phänomen Herde, also ich will den Begriff jetzt nicht überstrapazieren, weil ich den auch ein bisschen abwertend finde, aber letzten Endes diese Möglichkeiten, die zu beeinflussen, sind ja dann eben durch Medien oder auch die orientieren sich halt auch an den anderen Mitgliedern der Gruppe und haben halt dann auch Angst irgendwie. Also dieses Milgram-Experiment, sagt dir das was? Klar. Also wo letzten Endes sobald eine Aufsichtsperson gesagt hat, du darfst den anderen Schmerzen zufügen, dann waren die Leute relativ hemmungslos, weil sie eine Absicherung hatten. Also der Vorgesetzte sagt, ich darf das machen, dann mache ich das auch und es waren auch bei dem Experiment nur fünf Prozent oder zehn Prozent gesagt haben, nee, ich höre jetzt auf, ich breche das hier ab. Aber davon rede ich. Genau davon rede ich. Du kannst sagen, ich konzentriere mich jetzt darauf auf die Struktur, dass halt der Mächtige oder die Mächtige dann eben den anderen Leuten diesen Spielraum gibt, sich scheiße zu verhalten. Klar, das kann man machen, aber wie ich sagte, meiner bisherigen, mein Kenntnisstand, mein Informationsstand, insbesondere wie gesagt, aus den genannten Gebieten und Zeiträumen, ist halt der, dass die einzelnen Menschen mitgemacht haben. Also das heißt, mein Interesse gilt den Menschen, die mitgemacht haben, die ja alle hätten aufhören können. Gerade das von dir genannte Experiment ist dafür ja besonders gutes Beispiel, weil es ja überhaupt keine Vor- oder Nachteile gab, wenn du da mitgemacht hast. Das heißt, auch hier wieder, ich finde, Herde ist ein neutraler Begriff, also nehmen wir mal die als Herde. Diese Leute, die mitgemacht haben, die sind das Problem. Das Problem sind nicht die Machthaber. Das ist genau das, was ich vorhin geschildert habe. Dann suchst du dir Böse, gegen die du dann kämpfen kannst oder nicht kämpfen kannst, aber du selber kannst in der gemütlichen Lage bleiben und sagen, da kann ich ja nichts dafür. Ich bin ja jetzt ein Opfer der Mächtigen, der Medienmanipulation und sonst irgendwas. Und das sehe ich überhaupt nicht so. Ich kann dir mal ein ganz billiges Beispiel aus der DDR sagen. Da war das zum Beispiel so, dass jeder Nachbar eigentlich genau wusste, wenn zum Beispiel eine Wohnung verwandt wurde und so weiter. Gerade in den Neubauten, also den Plattenbauten und so weiter. Da war das natürlich klar, dass da irgendwie der Elektriker, der da reingegangen ist, während die Familie abwesend ist, nicht der Elektriker war, der sich da um einen Herd gekümmert hat. Und dann genügte, also der Hinweis, ihre Tochter studiert ja und dann wusste man, was sie damit meinen. Das heißt, wenn die jetzt irgendwas verraten, dann wird die Tochter nicht studieren dürfen. Das ist also ein sehr, sehr häufiges Beispiel. Also das ist jetzt kein seltenes Beispiel. Und natürlich hatten die Leute in der Masse, das haben sie am Ende ja dann auch gemacht, haben sie gesagt, okay, wir haben kein Interesse mehr daran. Sie haben es aber nur deswegen am Ende gemacht, weil sie wirtschaftlich in die Situation kamen, dass sie gesagt haben, wir wollen wirtschaftlich so nicht weiterleben. Die haben das ja nicht aus Menschenfreundlichkeit gemacht. Das heißt, Menschen sind nicht menschenfreundlich. Und jetzt kannst du immer auf die Mächtigen, auf die Medienmanipulation, auf die Diktatoren, auf die Arschlöcher, auf die in Power zeigen. Du kannst aber das machen, was ich mache und kannst sagen, ja, okay, was machst du denn? Dann kannst du wieder sagen, ja, ich habe keine Macht, mir wird alles weggenommen, ich müsste YouTube benutzen, aber ich darf YouTube nicht benutzen und so weiter. Das höre ich auch jeden Tag, aber ich kann auch sagen, ja, aber dann, also soweit ich das sehe, machst du gar nichts. Können wir uns darauf einigen? Und dann sagt er, doch, ich schreibe dann halt in irgendeiner Gruppe was. Dann sage ich, ja, genau, aber du hast doch gerade gesagt, du willst viele Leute erreichen. Warum redest du denn nicht zum Beispiel mit einer Gruppe, die das interessiert, zum Beispiel, was man gemacht hat, als sehr viele Migranten zum Beispiel nach Deutschland kamen? Wir haben in den kleinen Orten, haben dann die coolen Bürgermeister und Bürgermeisterinnen gesagt, okay, wie ich schon sagte, also das haben die natürlich nicht gesagt, aber die wussten genauso wie ich, Menschen sind nicht menschenfreundlich, Menschen sind egoistisch, Menschen wollen ihr eigenes Ding, Menschen sind wirtschaftlich orientiert und wollen ihre kleine Zeitblase heil halten und ihren Kopf und Tamarada halten, also müssen wir jetzt mal alle zusammensetzen. Und dann haben die halt gesagt, okay, wir räumen das jetzt hier frei, wir machen das so, dass keine Tischler stehen, wir stellen jetzt nur Stühle auf, die Leute können sich hinsetzen, wie sie wollen, aber die werden dicht auf dicht sitzen, ob sie wollen oder nicht und dann sind die gezwungen, miteinander zu reden und es werden Leute von beiden Parteien oder allen Parteien kommen, inhaltlich und das hat geklappt. Das hat geklappt. Das hat sogar bei den Genoziden geklappt in Südafrika. Da haben die die Leute und in Ruanda auch, da haben die diese Gerechtigkeitsgerichte gemacht, haben die gesagt, das wird jetzt örtlich geregelt, juristisch kommen wir da sowieso nicht weiter. Wir setzen die Leute jetzt an den Tisch, die miteinander reden wollen, Opfer und Täter, die sich dann auch kennen, also wo sicher ist, dass das Opfer und Täter ist in dem echten Fall und dann reden die miteinander und in einigen Fällen wird es keine Lösung geben, in vielen Fällen wird es eine Lösung geben, die war übrigens auch sehr oft wirtschaftlich, also ich gebe dir das und das dafür und in sehr vielen Fällen wirst du radikales Verzeihen haben, weil die sagen, okay, pass auf, du hast das gemacht, können wir jetzt eh nicht ungeschehen machen, ich habe keinen Bock mehr, mich mit deiner Scheiße zu beschäftigen, du bist ein Arschloch, du bleibst ein Arschloch, aber ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen, bitteschön, hab ein schönes Leben, ich möchte dich aber nie wiedersehen. Also alles Mögliche ist da passiert, aber nur zu bejammern, dass der Staat die Mächte, die Einflüsse oder so dir deine Macht nehmen, das führt zu überhaupt nichts, das ist eine Ausrede. Ja, aber dann verstehe ich dich so, dass die Möglichkeit, die Menge zu erreichen, eigentlich nur in kleinen Punkten sein kann, also so kleine Nodes oder so, also so kleine helle Zentren in Anführungsstrichen, die dann strahlen, also du überzeugst dein Umfeld und von deiner Sorte gibt es vielleicht ein paar mehr und überall entstehen so kleine Zentren, die ausstrahlen. Das und diese Zentren untereinander, wenn du das jetzt mal mit Lichtfarben nehmen willst, dann hättest du ja lauter verschiedene Farben, Leute haben ja alle möglichen Meinungen und Meinungsmischungen, habe ich ja schon im Umweltschutz geschildert, du kannst total reaktionär und recht sein und Umweltschützer radikal sein, du kannst super radikaler, anarchistischer, linksorientierter Umweltschützer sein, ohne dass die sich mögen. Also jetzt nichts mit, ja, die arbeiten heimlich zusammen oder so, sondern die mögen sich nicht, aber trotzdem da ein Teil ihrer Weltanschauung komplett übereinstimmt. Und so hast du also, nennen wir mal verschiedene Lichter und dass irgendwas entsteht in diesem Lichter mehr. Das ist dann halt so, die Lichter bewegen sich, dann gibt es andere Lichtfarben, mal wird was heller, mal wird was dunkler oder so, aber menschliche Gesellschaften sind halt so, dass sie ständig am Wabern sind und Lichtfarben und Lichtmischungen und Lichthelligkeiten entstehen und das wird immer so bleiben, solange es Menschen gibt. Und diejenigen, die halt Angst haben, immer vor Überwachung und vor, durch, nennen wir es mal, Datenspenden, bei Google spendest du ja auch deine Daten, alleine wenn es benutzt, alleine, dass du eine Suchanfrage reingehst, da hast du ja schon deine Daten gespendet. Da muss man halt miteinander reden und sehen, was passiert. Ich meine, in der Natur siehst du ja auch, es kann ja aus irgendeinem ganz kleinen biologischen Vorgang, kann ein großer Vorgang werden, zum Beispiel die sogenannten invasiven Arten. Die suchen sich dann halt eine Region, in der sie sich ausbreiten können und dann breiten sie sich da aus, ganz unerwartet häufig. Dann ist deren DNA ist halt gut angepasst an die Umweltbedingungen. So ist das auch mit Meinungen, politischen Systemen, wirtschaftlichen Verhältnissen. Die sind halt immer gerade an irgendwas gut angepasst und das kann sich ein Jahr später ändern oder zehn Jahre oder hundert Jahre später. Also damit muss man als Mensch einfach leben. Ja, aber so einen richtigen Ausweg aus dem Desaster habe ich da nicht gesehen, außer so ein Fatalismus. Also Menschen sind halt so und man kann halt ein bisschen in sein Umfeld strahlen oder vielleicht kannst du durch eine Reichweite auch ein bisschen mehr strahlen, aber im Grunde Aber ich finde das, ja gut, klar, aber die Bewertung, dass das fatalistisch ist, sehe ich nicht, weil das war schon immer so. Guck mal, wenn wir beide jetzt vor, sagen wir mal, nehmen wir mal, wir hätten miteinander geredet, sagen wir mal, im 17. Jahrhundert, dann wären wir beide unmittelbar in unserem Alter bedroht gewesen davon, dass wir die nächsten drei Jahre nicht überleben. Unmittelbar, ganz realistische, alltägliche Tatsache, die du in deinen Alltag einbringen musstest. Wenn wir im, sagen wir mal, 1927 gelebt hätten, hätte es ohne weiteres passieren können, dass wir einen totalen wirtschaftlichen Bankrott erleben. Wir sind ja beide Freiberufler und keine Möglichkeit haben, das gut aufzufangen und dann auf einmal auf Angehörige angewiesen sind, die dann nett oder nicht nett sind oder dadurch in irgendwelche sozialen Umgebungen kommen, die uns gefallen oder nicht gefallen, auf jeden Fall so Freiheit stark eingeschränkt. Wenn wir im Jahr 1943 mitten im Zweiten Weltkrieg sind, könnten wir beide Bauern sein und uns geht es prächtig, weil wir sind auf dem Land, wir haben genug zu essen, wir müssen nur sehen, dass wir uns aus allem schön raushalten. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, wenn wir Kinder haben, dass unsere Kinder halt erschossen werden irgendwann auf der Front. Okay, oder an der Seuche sterben oder sonst irgendwas. Aber sagen wir mal, wir, unsere persönliche körperliche Integrität ist kein bisschen bedroht, obwohl um uns herum die ganze Welt in Flammen aufgeht. Also ich finde das nicht fatalistisch, sondern ich finde das einfach nur so, Menschen müssen einfach mal aus ihrem Mimimi-Modus rauskommen und einsehen, dass die Welt halt immer lebensgefährlich ist. Leben ist lebensgefährlich und entweder du mischst dich ein und du machst mit und du nimmst auch in Kauf, dass es mal heißer und mal kälter ist oder so oder nicht, aber sich immer aufs Heulen und andere bezichtigen, sei es die Regierung oder die linken Zecken oder die bösen Nazis oder irgendwen immer bezichtigen, dann passiert halt das, was ich vorhin meinte, dann hast du halt nichts gemacht und ich finde das nicht fatalistisch. Ich finde zum Beispiel deine Arbeit, die ist ja total vielschichtig und jetzt hast du angefangen hier während den Lockdowns und dem Corona diese Kanäle zu machen, du redest mit total vielen Leuten, du weißt ja nicht, ob nicht zwei Personen, die das sehen, sich auf einmal sagen, ah ja, das stimmt. Meinetwegen hier, die sich hier gerade unterhalten, die tauschen ihre Meinungen aus, also gar nicht, dass die sich an unseren Meinungen interessiert, sondern wir sagen nur, diese Art der Gesprächsführung versuche ich jetzt dieses Jahr, Weihnachten, Silvester bei einer Geburtstagsparty auch mal. So eine wirklich nicht wertende Meinungsaustausch. Und dann auf einmal, ganz ernst gemeint, sitzt in der Familie jemand, der dann an irgendeiner Entscheidungsposition sitzt und sagt sich, ach so, ja, okay, das könnte ich jetzt in der Firma, im Betrieb, in der Behörde oder so auch mal so ein bisschen mehr fördern, bla 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 und dann weitet sich das evolutionär aus, weil sich das bewährt. Das ist doch super. Wir wissen nicht, was unsere Handlungen bewirken. Wir können immer nur so positiv und so sozial handeln wie möglich. Das war's. Das ist kein Verteilismus. Worauf führst du es denn zurück? Also ich habe den Eindruck, dass so gerade in der letzten Zeit, das fing eigentlich sehr stark bei der Migrationskrise an, setzte sich aber fort, ist jetzt auch in der Corona-Pandemie das Problem, ja, dass das Dissens, also unterschiedliche Meinungen immer, immer weniger ausgehalten werden, sich Lager bilden, sich die Gesellschaft auch zu spalten, droht hier und da und wirklich richtige Anfeindungen und in jede Richtung eigentlich passieren. Also ich kann es jetzt nur sagen, aus dem Bereich, den ich sehe und umfassen kann, also wir kriegen ja extrem viel Hass und Morddrohung und alles Mögliche natürlich im Internet. Also ich denke, das, was manche von den Politiker, Politikerinnen auch sagen, die nicht so empfindlich sind, weil die sind das ja gewohnt, dass die beschimpfen sich ja sowieso dauernd mehr oder weniger unterschwellig. Ich rede jetzt gar nicht von den Künstlern und Künstlerinnen, die das natürlich häufig gar nicht aushalten, weil die natürlich seelisch sozusagen natürlich jetzt nicht auf Hass und sowas getrimmt sind, sondern möchten Menschen ja Freude machen und gemeinsame Erlebnisse und so. Also die nehme ich jetzt mal nicht. Aber wenn du jetzt mal Politiker und Leute, die viel mit sozialen Medien unterwegs sind, so wie wir nimmst, da würde ich sagen, es sind tatsächlich, soweit ich das überschauen kann, besonders laute, besonders krakelige und besonders stark vor allen Dingen angstgestörte Leute, die einfach einen riesen Zauber veranstalten. Und das kann ich auch verstehen, weil wenn ich eine Angststörung habe und ich erlebe, dass die Umwelt sich sehr stark ändert und ich gleichzeitig gefüttert werde, damit das angeblich immer mehr der Staat krakenartig in mich eingreift, gleichzeitig meine Handlungsfreiheit irgendwie, dass ich kann jetzt nicht mehr zu einer Party gehen, wo ich früher hingegangen bin oder ins Kino oder sonst irgendwas geht oder so, dann ist das natürlich klar, also ich verstehe das vollständig, dann ist das wirklich, dann mehr Feuer kann man unter meine Störung jetzt schon gar nicht mehr drunter feuern, mehr geht gar nicht mehr. Da gehen alle meine Abwehrreflexe los und das ist klar, dass ich dann schreie, mich wehre, beschimpfe, Morddrohungen mache, Leute angreife, wirklich, ich kann das wirklich verstehen, ist nicht lustig gemeint. Und diese Leute werden halt im Moment natürlich extrem laut, weil halt sehr viele Bedrohungen auf sie scheinbar zukommen, auch wenn die gar nicht auf sie zukommen, sondern sie auch zurückgelehnt das aushalten können, aber das ist natürlich zu viel. Angeblich sehr starke Migrationsbewegungen, die sind ja gar nicht so stark, wenn du das mal historisch anguckst, Deutschland ist zum Beispiel ein Land, aus dem extrem viele Leute rausmigriert sind. Deutschland war die verhassteste Nation weltweit, weil die Deutschen immer klugscheißerisch den Rest der Welt besiedeln wollten, selbst wenn sie die ärmsten Zausel waren, die irgendwo in New York oder sonst wo angekommen sind, dann wussten sie immer, wie die Welt läuft. Also es gibt zahlreiche Berichte über die Deutschen, die allen auf den Wecker gegangen sind, die deutschen Migranten, die Auswanderer aus Deutschland. Also so schlimm ist das über die letzten, sagen wir mal, wenn du so seit 1800 nimmst, ist das gar nicht so wild. Dann das zweite, Impfungen, da haben die Leute natürlich auch Angst, sie verstehen nicht, wie irgendein Impfstoff funktioniert oder irgendwas. Dann dieser Mix mit den ganzen Verschwörungsüberlegungen, die es da immer gibt. Ich verstehe das. Aber der Unterschied zu früher ist, die können jetzt unglaublich laut sein, weil was du vor ein paar Jahren noch nicht konntest, du konntest vor ein paar Jahren keine Polizisten und Polizistinnen angreifen. No fucking way. Wenn du das gemacht hast, dann war sofort Schluss und du bist aus dem Sichtfeld gekommen. Heute machst du das, kannst du weitergehen, weil die Polizei halt keine Lust hat, da jetzt mit dem ganzen Kleinkram sich zu beschäftigen. Das ist Nummer eins. Das heißt, die können viel länger, viel lauter, viel aggressiver sein. Dann Nummer zwei, sie können im Netz, können sie, was Beleidigungen angeht, viel mehr machen, als das früher möglich wäre, weil sagen wir mal, du hast einen Verein früher gehabt, einen Gärtnerverein und du warst verfeindet mit dem anderen Gärtnerverein. Dann wurdest du einfach ausgeschlossen. Du konntest nicht reden. Dann haben die gesagt, nee, sie kommen hier nicht rein, sie gehören nicht zu dem Verein, sie haben sich hier negativ verhalten, sie schneiden den Rasen nicht drei, sondern sieben Millimeter, sorry, sie gehören nicht dazu. Das heißt, früher war dieses Nicht-zu-Wort-Kommen-durch-Ausgrenzung 50 Millionen Mal ausgeprägter. Das kennen nur noch ältere Leute, die das noch wissen, als eben die sozialen Medien und dergleichen nicht vorhanden waren. Also deswegen, ich führe das darauf zurück, besonders auch, was die Morddrohungen angeht, weil ich meine, wenn du die Menge der Morddrohungen dir anguckst, die wir alleine schon kriegen und dann nimmst du jetzt nochmal die Künstler und Künstlerinnen dazu oder sonstige Leute, die sich damit beschäftigen, ich meine, das kommt ja aus Verzweiflung. Ich bedrohe ja nicht jemanden mit einer Tötung, nur weil ich gerade eine rostige Eisenklinge gefressen habe oder bis zur Haarspitze voller Speed bin oder beides, sondern das mache ich natürlich auch aus Angst und der Empfindung, bedroht zu sein. Das heißt, ich denke, das ist eine Überbetonung der angstgestörten Leute und unser Corona-Kanal hat ja zum Beispiel auch sehr gute Wirkungen und ist ja auch wahrscheinlich der größte, soweit wir das wissen, im deutschsprachigen Raum, weil wir die Ängste der Leute überhaupt nicht bewerten. Wenn die sagen, ich habe mörderische Angst davor, dann sagen wir, okay, schreib uns mal ganz genau auf, wovor du Angst hast und welche Informationen du hast und dann erklären wir das und dann kriegen wir immer das Feedback, hauptsächlich, das Hauptfeedback ist immer so, endlich einer, der die Angst ernst genommen hat und uns ruhig die Veröffentlichung auf die wir uns bezüglichen haben erklärt hat, immer. Also das ist in meiner kleinen Welt das, was ich sehe, woher dieses scheinbare Schreien, Toben, Bedrohen, Spalten, Hassen und so weiter herkommt. Also das ist das Einzige, was ich beurteilen kann. Ja, aber siehst du das nur von einer Richtung kommen? Also die Sachen, die du angeführt hast, waren ja eher aus dem rechten Spektrum oder jetzt aus diesem Corona-Maßnahmen-Kritiker-Spektrum. Also ich kann es durchaus auch feststellen, aus dem religiösen Spektrum und auch aus dem linken Spektrum. Also manchmal hat man das Gefühl, zumindest wie die Mittel auch verteilt werden. Wir hatten jetzt irgendwie vor ein, zwei Jahren eine Milliarde gegen rechts nochmal zusätzlich eingebracht als Beschluss und dann wurde aber nichts gegen, also nicht im gleichen Maße was gegen Islamismus und Linksradikalismus gemacht. Und da habe ich mich schon gewundert, wo ich denke, ja, natürlich ist Rechtsradikalismus ein großes Problem, aber die anderen Sachen kann man jetzt auch nicht völlig ausblenden. Ja, die sind ja auch nicht völlig ausgeblendet. Also gerade im Islam, das kann ich dir aus dem kriminalistischen Bereich sagen, also Islamismus ist sehr, sehr ernst und mit sehr, sehr viel Geld wird das untersucht. Vielleicht nicht so, dass das in der Zeitung steht, aber wenn du die Berichte liest in Der Kriminalist, das ist eine Zeitschrift vom Bund Deutscher Kriminalbeamter, dann von der Kriminalistik, das ist die Zeitschrift von Landeskriminalämtern rausgegeben und die anderen polizeilichen Zeitschriften, da gibt es noch ein paar andere, da ist Rechtsextremismus und Linksextremismus im genau gleichen Maße sehr, sehr ernst untersucht und Islamismus ganz weit vorne auch. Also das, das liegt wohl eher daran, dass die meisten Menschen natürlich jetzt keinen Zugang zu innenministeriellen, justizministeriellen, polizeilichen Veröffentlichungen haben. Aber das ist, also das ist ein Riesenthema da, seit 9-11 natürlich die Islamismus-Sache sowieso, also schon seit 20 Jahren. Nee, nee, also da müsstest du genau mal die Quellenlage prüfen. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass gerade was Islamismus angeht, ich will jetzt keine Zahl sagen, aber sicher mit einem, wir nennen das Dimensionssprung, also von 1, 10, 100, 1000, 10.000 so. Also ich denke, da könnten einer bis mehrere Dimensionssprünge im Geldeinsatz dazwischen liegen, was jetzt Rechtsradikalismus, Linksradikalismus, Islamismus angeht. Also ich denke, das ist nicht so, wie man das sich im Alltag vorstellt, wenn man jetzt einfach nur so ein bisschen rumsurft, weil ich meine, wie gesagt, wer liest schon sowas? Und zu den christlichen und linken Strömungen, also deswegen habe ich das vorhin Weltanschauung genannt, alle Menschen, absolut egal, welche Weltanschauung die haben, religiös, links, rechts und tausend andere Weltanschauungen, alle Menschen, die sich an eine Weltanschauung klammern, können immer wütend werden oder können denken, dass ihre Weltanschauung angegriffen wird und können dann bösartig werden und so. Also ich bin ein absoluter, grundsätzlicher, totaler Vermeider davon, dass man überhaupt in die Richtung einer Weltanschauungsdiskussion kommt, weil das führt zu gar nichts, meiner Meinung nach. Denn sobald du dich dann festlegst, kaufst du ja mit der Weltanschauung, kaufst du ja Sachen ein, die dich vielleicht gar nicht interessiert haben, zum Beispiel, weil du Religion gesagt hast. Nehmen wir mal, du bist jetzt Atheist oder Agnostiker oder irgendwas. Dann gehst du in irgendeine Gemeinschaft, die sich auf wissenschaftlicher Weise mit Vernunft und so weiter beschäftigt, weil du Religion für unvernünftig hältst und dann stellst du fest, du kaufst aber gleichzeitig zum Beispiel mit Pro-Atomkraft oder gegen Atomkraft. Ja. Pro-Islamismus oder Kontra-Islamismus oder irgendwie sowas. Also deswegen, Finger weg. Ich kann voll bestätigen, was du sagst. Sobald du mit Weltanschauungen zu tun hast, hörst du auf, genügend mitzudenken, weil du dann geneigt bist, den Menschen aus deiner Weltanschauungsgemeinschaft eher zu glauben. Zum Beispiel, ich kann mal ein klassisches Beispiel zu dem Thema sagen, was du da auch gerade genannt hast. In Köln haben wir ja riesige Probleme mit der katholischen Kirche wegen sexuellem Missbrauch, Vertuschung von solchen Missbrauchsfällen, ultrakonservativen Strukturen, die überhaupt nicht zur Stadt passen, weil die Kölner eigentlich sehr Saufeier- und Vögel-lustig sind und so weiter. Und gleichzeitig verstehe ich mich aber mit mehreren Priestern sehr gut, weil wir eben Schnittstellen haben. Und das führt dazu, dass wenn du zum Kölner Dom auf der Bahnhofsseite gehst, siehst du, dass im Boden ein Stern mit meinem Namen eingelassen ist, wo sogar ein Psalm drunter steht, den ich ausgesucht habe. Also ein biblischer Spruch ist für mich überhaupt kein Widerspruch, weil ich rede mit den Leuten, also wir alle, wenn wir da sitzen, wir wissen, dass das stattgefunden hat mit dem Kindsmissbrauch. Wir wissen, dass die Vertuschung stattgefunden hat. Wir wissen, dass es Änderungen geben muss. Wir wissen, dass LGBT-Rechte und so weiter gestärkt werden müssen. Das heißt, da sind wir uns sowieso einig. Das heißt, wozu müssen wir jetzt künstlich sagen, ich bin kein konservativer Katholik, du bist ein konservativer Katholik, jetzt müssen wir uns erstmal darüber streiten. Dann so, nee, lass uns über die Gemeinsamkeiten reden, der Rest ist sowieso klar, die Unterschiede sind sowieso klar. Deswegen hast du recht, Finger weg von Weltanschauung. Selber mitdenken, selber prüfen, selber Daten untersuchen. Naja, also wie kriegt man Ideologien quasi geknackt, oder beziehungsweise so eingeschränkte Weltbilder. Durch Reisen. Reisen ist eine gute Technik. Das ist natürlich schwierig, ne? Doch, selbst wenn du Nachbar, zum Beispiel Fußballvereine hassen sich. Wenn du jetzt, wir sind im Ruhrgebiet, ich bin im Rheingebiet, also selbst wenn du da nur mal eine Tour machen würdest und jeweils natürlich mit echten Menschen reden, also zum Beispiel, wenn ich dich jetzt kennen würde, du wärst jetzt dann der Repräsentant für meinetwegen deine Region im Ruhraport oder so, und ich wäre der Repräsentant für Köln oder so, und dann könnte man sich einfach gegenseitig besuchen mal und dann so von mir aus kleine Videoclips machen oder zusammen kochen oder irgendwas, wo dann halt so kleine Unterschiede zutage treten und Gemeinsamkeiten. Und das ist heilsam. Ich habe noch nie erlebt, dass das nicht funktioniert hat. Jeder Mensch, den ich in meinem Leben getroffen habe, ist hinterher ideologiefreier, weil du das ja gerade gesagt hast, zurückgekommen. Weil man mehr sieht, es gibt Unterschiede, die sind egal, es gibt Unterschiede, die sind nicht lösbar und es gibt viele Gemeinsamkeiten. Ja, ich meinte nur das Reisen im Moment in Corona-Zeiten natürlich etwas... Aber im Rhein-Ruhr-Gebiet dürften wir ja reisen zum Beispiel. Das würde ja schon reichen. Das ist extrem vielfältig. Münsterland, bäuerliche Regionen, super krass industrialisierte Regionen, dann Aachen und Köln als total katholische Region, dann weiter im Süden die Weinregionen und so weiter. Also die Menschen sind total unterschiedlich, selbst hier in ganz grundsätzlichen Lebensauffassungen schon. Oder hier, das kennt man ja, also die meisten werden jetzt nicht wissen, wovon ich rede, aber das könnt ihr ja mal googeln oder bei einer anderen Suchmaschine suchen. Zum Beispiel, es gibt diesen ewigen Hass zwischen Bottrop und Kirchhellen beispielsweise oder zwischen Nachbarstädten, die durch, also manchmal Gelsenkirchen, die dann mit der benachbarten Stadt verfeindet sind wegen Fußball und so weiter. Also da reichen schon kleinsträumige Besuche, um zu lernen, dass das eigentlich, eigentlich alles nur Quatsch ist. Aber viele Leute nehmen es verdammt ernst. Ja, wer daraus eine Utopie abzuleiten, dass letzten Endes durch Kennenlernen und Bildung naja, im Prinzip diese ganzen Gräben zu überwinden sind? Also meiner bisherigen Erfahrung nach ja, weil Bildung ist natürlich, Bildung würde ich fast rausnehmen, weil ich sagen würde, okay, Bildung ist natürlich auch mal abhängig davon, sagen wir mal, wie die soziale Zusammensetzung ist. Nehmen wir mal an, du bist in der Gegend, wo es üblich ist, noch zum Beispiel viele Kinder zu haben. Dann wirst du vielleicht für Teile der Familie einen anderen Bildungszugang haben als zu anderen. Also nehmen wir zum Beispiel mal an, in Deutschland sagt man, man sollte als alter Mensch immer versuchen, sich weiterzubilden. In Ländern, wo du viele Kinder hast, ist es vielleicht so, dass die Großeltern jetzt sich sehr viel um die Kinder kümmern müssen, weil das die Eltern nicht packen. Zum Beispiel, das fängt schon in Rumänien an übrigens, wo wir vorhin darüber geredet haben. Und da kannst du jetzt nicht sagen, hey Oma und Opa, ihr kennt ja gar nicht Billie Eilish, ihr seid ja voll die alten Säcke, sondern da muss man dann sagen, ja gut, die kümmern sich halt jeden Tag um die Wäsche von deinen Kindern, holen die von der Schule ab, kümmern sich drum und die sind auch schon 75 Jahre alt. Also da werden die sich jetzt nicht in die neuesten Musikrichtungen einarbeiten können, sorry. Und vielleicht kommen sie politisch auch nicht mehr so mit. Also da muss man immer sehen, wie weit man den Begriff von Bildung fassen möchte. Aber ich würde das so sagen, es sollte ein Zugang zu den Interessensgebieten bestehen, die die jeweiligen Kids haben. Also der Zugang zu den Interessensgebieten sollte nicht verstellt sein. Und dann dieses Reisen und Besuchen oder sich kennenlernen auch über das Internet oder sei es auch über TikTok. Ich kann es nicht oft genug sagen. TikTok funktioniert wirklich auch sehr gut. Wenn du das hast, dann bist du schon mal einen Riesenschritt weiter. Das finde ich gar nicht so utopisch. Also ich denke, das ist eigentlich umsetzbar. Naja, also dieser Hang zu Teambildung, Gruppenbildung, Stammesdenken, naja, nimmt ja auch zum Teil schon wieder zu. Ja klar. Nee, nee, das ist ja nichts Schlimmes. Du kannst ja trotzdem in deinem, also gerade den Begriff Stamm finde ich sehr, sehr gut. Zum Beispiel hier, ich bin in der Kölner Südstadt und die älteren Leute hier noch, die bilden so einen Stamm, den Kölner Südstadtstamm. Und zwar ist das einer, der so sehr, also du lässt, wie heißt das, so und so viel gerade, ich weiß nicht genau, wie viel man immer gerade sein lässt. Da gibt es so eine Redewendung, fünf oder so, weiß ich nicht. Und fünf, ja. Und du lässt irgendwas gerade sein, du nimmst das nicht so ernst, du verhandelst viel, du trinkst erstmal ein Bier, vielleicht hast du auch Sex, du findest Lösungen, du bist der Überzeugung, dass der andere auch spinnt, aber du eben auch. Du kannst dir ins Gesicht gucken, also du redest ernst über ein Problem, aber kannst dir hinterher ins Gesicht gucken und sagst nicht so, okay, Problem gelöst, aber mit dem Idioten rede ich nie mehr oder so. Also lauter solche Sachen. Und die haben halt auch komische karnevalistische Traditionen. Also die trinken sich halt ständig besinnungslos und können gleichzeitig hochgradig konservativ-katholisch sein, gehen im Karneval fremd wie die Verrückten, haben ganz viele verrückte soziale Regeln, die man so durchschauen muss. Und dagegen habe ich überhaupt nichts. Also das wäre jetzt zum Beispiel der Stamm, den ich so besser kenne. Und ich kann damit ohne weiteres leben, dass in einem anderen Stadtteil oder in einer benachbarten Stadt, nehmen wir jetzt mal insbesondere, wenn man Richtung Düsseldorf gehen würde, das ist so eine klassische Städtefeindschaft, dass da völlig andere Regeln herrschen. Wenn du ins Ruhrgebiet kommst, auch eher so protestantisch angehauchte Sachen, nicht so katholisch. Und dann aber wieder zum Beispiel polnisch-katholische Gemeinden, die mittendrin sitzen, wo du dir denkst, was denn jetzt los? Oder sehr viele Muslime auch, auch im Ruhrpott und auch im Rheinland und so weiter. Habe ich überhaupt kein Problem. Du kannst zu deinem Stamm gehören, so viel du lustig bist. So wie in Köln gibt es 50.000 Karnevalsgesellschaften, die alle ihren kleinen Stamm bilden. Kein Problem. Nur, die sollen die Regeln, die ich vorhin genannt habe, miteinander durchführen können. Sich in die Augen gucken können, ehrlich sein und so weiter. Und dann ist das kein Problem. Du darfst ja dein Komfortbläschen haben. Warum nicht? Ich habe auch gerne mein Komfortbläschen. Ich lese zum Beispiel nur sehr alte Bücher und nie Romane. Okay, ist halt meine kauzige Sache. Aber ich muss ja andere Leute damit nicht nerven. Darum geht es. Ja, aber andererseits ist ja dann auch so eine Solidarität zur eigenen Gruppe immer sehr viel stärker als gegenüber der gesamten Gemeinschaft. Und da ist halt auch die nächste Frage, wie groß sind Gruppen noch funktionsfähig? Also ist es so Familie? Ist es irgendwie 30 Personen? Sind es Nationen? Sind es Kontinente? Also ab wo kannst du sagen, wie groß fasst man die Einheiten, die noch tatsächlich konsens- und funktionsfähig sind? Ja, das ist ja untersucht. Also politisch ist das so, dass du diese, du brauchst diese Nationalstaaten so in der Welt, in der wir leben. Also die müssen durch irgendwas zusammengehalten sein. Das Lieblingsessen, der Lieblingskomponist, der Lieblingsdichter, Dichterin, die beste Musik, die beste Sorte Fußball oder so oder Sport. Das ist klar. Also diese Nationalstaaten, die haben sich jetzt etabliert und bewährt in den letzten, sagen wir mal, Zeiten. Das sind so die Verwaltungseinheiten, die funktionieren. Die können sehr groß sein, die können sehr klein sein und wie groß sie sein können, hängt vom wirtschaftlichen Dingen ab. Also ob du die historisch und wirtschaftlich verwaltet kriegst in China, das wird zusammengehalten, weil die denken, oder vielleicht sind sie es ja auch, der Mittelpunkt der Welt, der menschlichen Welt. Das denken die alle. Gut, können sie ja machen, solange sie damit keinen nerven, wie gesagt. Und dadurch wird das irgendwie zusammengehalten. Minderheiten werden dann halt entsprechend behandelt und so. Also das dann in der Sowjetunion, in der ehemaligen, also Russland, jetzt hast du halt die wirtschaftlichen Dinge, solange die noch Erdgas und so weiter haben, wird das noch zusammengehalten. In Deutschland ist es Erfindergeist und Sparsamkeit und sonst irgendwas und so halt irgendwie. Also das sind die, das ist im Moment das, von dem wir bewiesen wissen, dass die Nationalstaaten so gerade so halten. Dann, das ist aber in Wirklichkeit wirtschaftlich bedingt. Das ist also, der kulturelle Nationalstaat ist ein Märchen. Das ist in Wirklichkeit ein wirtschaftlicher Nationalstaat. Und dann, was die menschlichen Gruppen angeht, das ist biologisch natürlich untersucht. Also da weißt du halt, das ist richtig, wie du gesagt hast. Also man hat ja, sieht man ja im Adressbuch, wie viele Leuten schickt man im Bestfall, wenn man Zeit hat, eine Weihnachtskarte. Wie viele Leute würde man im Bestfall einladen zu einer richtig fetten Party und so. Das ist ja immer die von dir genannte Zahl, so zwischen 30 und 100. Man kann natürlich dann auch aus Imagegründen größer oder kleiner machen, aber das ist so der Raum, den so normale Menschen als persönliche Gruppe überschauen können. Und wie du gesagt hast, wo vielleicht auch eine gewisse Konsensfähigkeit möglich ist. Aber, meiner bisherigen Beobachtung nach, auch hier wieder international gesehen, mit sehr vielen internationalen Konferenzen, die ich mache, was ja sonst kaum jemand macht. Ich bin ja auch so ein Wanderer zwischen den Wissenschaftswelten. Das ist ja auch sehr selten. Würde ich sagen, das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Also das, was wir biologisch, wirtschaftlich und politisch wissen, wird, vielleicht erleben wir zwei das nicht mehr, aber das wird mittelfristig keine Rolle mehr spielen. Also da werden irgendwelche völlig anderen Organisationseinheiten entstehen, weil, wie ich schon sagte, die Kids sicher wissen, dass das alles Bullshit ist. Und welche Lösungen sie dafür finden, das wird sich zeigen. Das kann in jede Richtung gehen. Das kann in total extremistische Richtungen gehen. Das kann in eine liberale Regenbogenwelt gehen. Kein Mensch weiß das. Aber, dass das alles zerfallen wird, ist sicher aus klimatischen Gründen und wirtschaftlichen Gründen, die damit zusammenhängen, weil einfach das Land nicht mehr da sein wird. Also 2050 wird ja Bremen, Hamburg, Teile von Bangladesch, große Teile der Küstendinie von Niederlanden, das wird ja alles unter dem Meeresspiegel liegen. Also das ist ja in kürzester Zeit, also das sind ja noch nicht mal mehr 30 Jahre. Und dadurch werden natürlich extremste Umverteilungen wirtschaftlicher, sozialer, politischer, religiöser, kultureller Art stattfinden. Und das, das kann ja keiner vorhersagen, wie das jetzt gelöst wird. Naja, man hat ja schon zum Beispiel in Europa das Gefühl, dass die Nationalstaaten so versucht werden aufzulösen, um dann irgendwann ein Gesamteuropa zu schmieden. Es klappt ja überhaupt nicht. Also das wird niemals passieren. Also das klappt also vorne und hinten nicht. Siehst du, also du hast es an England gesehen, was die Währungssachen angeht. Du siehst es aber auch an, zum Beispiel jetzt insbesondere Ungarn und Polen sind sehr interessante Beispiele, die auch gar nicht, das wird immer so stark dämonisch dargestellt, was die bösen Rechten da alles machen und so. Klar, das gefällt uns nicht. Ja, okay, aber das heißt ja noch lange nicht, dass es objektiv so böse ist, wie es immer wirkt. Oder selbst der Putin, der ja quasi hier in Deutschland als Inbegriff, also der ist ja quasi der Scheitan persönlich, ist, er hat in den Medien so dargestellt. Genau, so wird er dargestellt und ich muss auch sagen, klar, also ich, mir gefällt das auch nicht, was er macht, aber ich meine, ich bin ein Staubkorn in Raum und Zeit und immer, wenn ich mir das näher angucke, wenn ich vor Ort die Gelegenheit habe, mal wirklich, wird das alles wesentlich entspannter. Ich sage nicht, dass es schöner wird immer, aber es wird entspannter. Ich habe auch schon in Slums gestanden, habe ich schon erwähnt, in Peru, in den Philippinen, also richtige Slums, also wirklich, wo die Leute nichts besitzen, außer im besten Fall eine Hose. Ich war aber auch schon in Indien im Slum, wo die Leute teilweise noch nicht mal Kleidung, einen Fetzen Kleidung nur besessen haben. Also ich sage nicht, dass es schöner wird, aber entspannter wird es auf jeden Fall. Sobald du mal mit den Menschen redest, in Kontakt kommst, irgendwas machst oder so, merkst du halt, dass die Grundbedürfnisse sowieso dieselben sind und deswegen die Auflösung, das ist ja auch so eine große Befürchtung von den ängstlichen Menschen, dass irgendwelche riesigen Regierungsgruppen, die dann manipulierbar sind, gegründet werden. Also viel Spaß. Wer das glaubt, der kann ja wirklich mal gerne mit dem Zug, also ich empfehle folgende Rundreise. Ich empfehle in Luxemburg, also wir zwei kommen ja aus Westdeutschland, also dann würde ich in Westdeutschland anfangen, dann würde ich mal runterfahren Richtung durch Frankreich, nach Luxemburg, dann durch die Schweiz, dann durch Österreich und dann irgendwie Rumänien, Tschechische Republik, Polen und dann zurück nach Deutschland. Viel Spaß. Wer mir danach noch erzählt, dass es eine europäische Zentralregierung oder sowas geben sollte, der ist irgendwo anders gewesen als ich. Also keins dieser Länder hat das geringste Interesse daran. Also das ist wirklich nur so ein, klar, das soll natürlich durch wirtschaftliche Vereinheitlichung, weil Frankreich und Deutschland sehr mächtig sind wirtschaftlich, wäre das, die hätten das gerne. Ich hätte auch gerne mehr Schokolade und mehr Liebe und mehr Sex, aber kriege ich trotzdem nicht durch Wünschen. Es hängt halt immer davon ab, was in Wirklichkeit gerade passiert. Also du denkst, so diese Auflösung wird nicht passieren, die Staaten werden ihre Integrität behalten und ja. Wie gesagt, ich bin dauernd in diesen Ländern, von denen ich gerade geredet habe, niemand hat mir jemals auch nur den Hauch einer Information darüber gegeben, dass das die überhaupt auch nur interessiert. Zum Beispiel in Polen bin ich zum Beispiel gut befreundet mit den Leuten, die auch in den ehemaligen Deutschen sozusagen gebieten waren, wo die auch teilweise gar nicht so deutschenfeindlich sind, wie man meinen müsste. Also wo die da teilweise auch eigentlich natürlich sehr vorsichtig, aber aus den Erfahrungen des Dritten reichen so, aber wo die eigentlich auch durchaus mal was Nettes über die Zunge bringen, über deutsche Wissenschaft oder irgendwas anderes, deutsche Ordnung oder so. Und da sind auch teilweise Studierende von mir, die früher bei mir im Kurs waren und die jetzt dann selber Professuren haben an Universitäten oder sowas in Polen. Und die sind alle, also den Begriff benutzen wir in Deutschland jetzt im liberalen Bereich nicht gerne, aber die sind wie alle Menschen auf der Welt nicht nur stammestreu, was du da gerade so ein bisschen erwähnt hast, sondern auch heimattreu und ich meine das jetzt im freundlichen, liberalen Sinne. Ich kenne keine Personen, also ich bezeichne mich gerne auch als Europäer, aber ich bin auch Südstädtler, ich bin Kölner, ich liebe die Rhein-Ruhr-Region über alles, weil das ist der tolerante und akzeptierendste Bereich des Planeten Erde ist, den ich kenne. Ich bin Europäer, ich mag die Amerikaner und Amerikanerinnen, egal wie verrückt die sind. Ich liebe die Leute in Mittel- und Südamerika, also wirklich. Und ich würde auch da hinziehen. Also ich würde das nicht irgendwie als Strafe, ich mag zum Beispiel die Leute in Vietnam total, die extrem westfeindlich sind und auch jeden Grund dafür haben, weil die halt, was ich da total geil finde, ist, dass die in total kleinen Strukturen, also in einem relativ kleinen Raum, den kacheln die sich oder machen sich da irgendwie gemütlich, wie sie es gerade finden, wegen der Temperatur und richten sich nach ihren Möglichkeiten so ein, dass sie wirklich zufrieden sind. Hat vielleicht auch eine philosophisch-religiöse Unterfütterung, die du vorhin angesprochen hast. Und also selbst ich, der sich gerne als Europäer bezeichnet, das heißt aber nicht, dass ich nicht alles andere auch bin. Und so geht das allen Leuten, die ich kenne. Ich kenne niemanden, der jetzt sagt, naja, das müssen wir jetzt mit aller Macht durchpeitschen. Also währungstechnisch, okay, aber da haben wir ja gesehen, was die Engländer gemacht haben oder nordeuropäische Gruppen, die da teilweise auch kein Interesse daran haben und so. Und trotzdem bilden wir dann ein, wie würde man heute sagen, ein diverses Europa. Also das muss ja gar nicht dieses angsterfüllte Macht-Ding-Konstrukt sein, sondern das kann ja auch einfach nur eine Wirtschaftsgemeinschaft wie die USA sein. Die USA sind auch nichts anderes. In den USA sind die einzelnen Bundesstaaten so wie Länder in Europa. Also mehr ist das auch nicht. Du hast ja gerade beschrieben, wie Deutschland relativ leidvoll aus vielen einzelnen Berufsstaaten so zusammengeschmiedet wurde und dann irgendwie auch eine nationale Identität gefunden hat. Wie würde es denn so aussagen, wie von der SPD-Politikerin Oetschergutz, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, die gesagt hat, fast jenseits der Sprache ist sowas wie eine deutsche Kultur eigentlich gar nicht feststellbar. Ja klar, ja, ja. Nee, nee, ist schon richtig. Das war das, was ich vorhin meinte. Es kommt halt immer darauf an, auf welcher Ebene du gerade guckst. Also sagen wir mal, wenn du jetzt Ethnien nimmst, das ist ja jetzt sehr gut biologisch untersucht auf der Herbstsubstanzebene, das ist halt eine soziale Annahme, dass es Ethnien gibt. Dann, also biologisch gibt es das jetzt nicht. Wenn du jetzt so kulturelle Untersuchungen machst zum Thema kultureller Zusammenhalt, finde ich, da stimmt alles. Also wenn mir jetzt einer sagen würde, zum Beispiel, meine ich jetzt nett, also zu Deutschland gehören Grillen, aber mit Bratwürsten und nicht mit Schnitzeln, weil Schnitzel grillt man nicht. Und im Westen kannst du vielleicht auch mal ein Cordon Bleu essen, aber im Osten eigentlich nicht, da gehört das nicht zur Kultur. Und wir einigen uns jetzt also darauf, der kleinste gemeinsame Nenner ist Grillen von Bratwürsten aus Schweinefleisch. Dann würden wahrscheinlich jetzt viele in Deutschland sagen, ja, okay, es ist einer der kleinen gemeinsamen Nenner, können wir so, aber dann darfst du nicht durch Thüringen reisen oder durch Sachsen oder Sachsen. Nein, Alter, wenn die sagen, bist du bescheuert, du kannst doch nicht die Würzmischung aus Südthüringen nehmen, ist doch keine Bratwurst. Das heißt, das ist total egal, du kannst auf jeder beliebigen Ebene, kannst du unendlich viele Unterschiede und Gemeinsamkeiten feststellen. Also das ist totaler Quatsch. Also das kannst du politisch oder sozial oder kulturell kannst du das beliebig festlegen, welche Ebene dich jetzt gerade interessiert. Aber das ist für mich eine Null-Aussage, die ist ohne Bedeutung. Na ja, gut, letzten Endes, so was wie eine nationale Identität muss ich ja irgendwo begründen oder so, oder die muss halt irgendwo, wo drin fußen, wo drin siehst du die denn? Na ja, also Deutschland ist ja einfach, das war ein Zusammenschluss, das haben jetzt die Preußen besonders zusammengefunden, hier im Rheinland sieht man weniger jetzt im Ruhrgebiet, wo du bist, aber im Rheinland sieht man auch, dass das halt nicht geklappt hat. Also da stehen so ein paar verbeulte Blechfiguren von den preußischen Chefs, die in Berlin jetzt, im komplett sanierten Berlin, das ist ja jetzt fast total saniert unter den Linden und alles, da stehen die halt wieder glänzend wie am ersten Tag, als ob wir noch mitten in Preußen wären. Und selbst da siehst du schon die extrem regionalen Unterschiede. Und die haben das halt wirtschaftlich gemacht. Also das ist, da hat man gesagt, okay, ihr dürft Freistaat bleiben, das hat zwar keine Bedeutung, aber nennt euch halt so, ist uns auch egal und so weiter. Und dann hat man verhandelt und laviert und dann hat man so einen Wirtschaftszusammenschluss gemacht. Und so ist das halt. Und die Menschen selber möchten das nicht gerne sehen, sondern die begründen das dann halt über Essensgewohnheiten, kulturelle Gewohnheiten, soziale Gewohnheiten, Musikgewohnheiten, Sportgewohnheiten. Aber das ist natürlich, das ist ja alles Quatsch natürlich. Also siehst du ja an den Rändern der Länder, wo es dann zum Beispiel jetzt gerade, wenn du nach Aachen, Richtung Aachen fährst oder so, wo du so viele Einflüsse schon rein sprachlicher Art hast, die die Leute gar nicht wissen, das merken die gar nicht. Zum Beispiel, ich habe immer Plümo gesagt, das ist eine Bettzudecke mit Federn. Und dann hat meine Frau, die aus Thüringen gesagt, ich weiß nicht, was ein Plümo ist. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist doch schon von der Sprache her. Plümo, das ist aus Federn. Und sie so, ja, aber ich kann kein Französisch. Und ich so, wow, ich wusste nicht, dass es natürlich, die meisten Leute in Deutschland können kein Französisch. Ist ja klar, weil sie überhaupt, während ich als Kölner, der dann oft in Richtung Aachen ist, natürlich kann ich französische Bruchstücke. Oder ich weiß, was Leute, dass es Flamen und Ballonen in Belgien gibt, was sonst auch auf der Welt keinen Menschen interessiert. Und so weiter und so weiter. Also da siehst du es ja schon, dass das Quatsch ist. Oder die Leute, die selber nicht wissen, wo sie hingehören, im Elsass oder teilweise im Saarland oder sowas, die dann selber kulturelle Besonderheit oder im Erzgebirge, die würden sich jetzt nicht im Nachbarland zugehörig fühlen, die würden sich aber dann vielleicht auch nicht unbedingt dem Rest Deutschlands zugehörig fühlen, stark. Also ich finde, das ist alles total, ich nehme das mit größter Freundlichkeit, Gelassenheit und Weltoffenheit. Also du kannst dich so sehr auf deinen Stamm zurückziehen oder auf deine Nation oder auf deinen Europäismus oder auf dein Weltbürgertum, wie du willst. Das ist am Ende des Tages eine private Entscheidung. Hier kann jeder für sich treffen, wie er lustig ist. Ja gut, gerade in Politischen war ja gerade bei der deutschen Identität, das war ja immer ein großes Thema irgendwie. Also wenn man jetzt sagen würde, sowas wie eine französische Identität oder Kultur gibt es jenseits von der Sprache nicht, dann wäre glaube ich der Aufschrei sehr groß in Frankreich zum Beispiel. Genau, weil die natürlich aus dem Krieg rausgegangen sind und gesagt haben, wir sind eine gute Nation gewesen. Also die guten, braven Nationen, die sagen das halt. Plus die haben natürlich dieses, wie in der Schweiz, die haben natürlich diesen extremen Gründungsmythos. Also die Schweiz und Frankreich, einige andere Länder auch, haben natürlich so stark dieses völlig durch nichts anzweifelbare Gründungsmärchen, dass man da natürlich dann auch gar nicht rumdiskutieren braucht. Dann haben die das halt geschenkt. Ja. Lass uns vielleicht zum Abschluss nochmal diesen futuristischen Ausblick wagen. Also du hattest ja gesagt, dass du sowas wie eine Singularität, also ein eigenes Bewusstsein einer Technik, also eines, dass die Maschine plötzlich weiß, dass sie ein, also ein Ich entwickelt quasi, dass sowas undenkbar ist letzten Endes oder siehst du sowas als denkbar? Nee, nee, das kannst du schon programmieren und ermöglichen, besonders durch die KIs. Nee, nee, das ist kein Problem. Du kannst die, denke ich mal, also die neuesten, sagen wir mal, aus dem letzten halben Jahr, die KI-Sachen, also wer da mal Spaß dran hat, das kann man ganz gut googlen über Spektrum der Wissenschaften oder so oder mit jeder beliebigen Suchmaschine kann man da gucken. Da kann man sich ganz gut reinfuchsen. Da sind auch gute, auch manchmal sogar verständliche deutsche Artikel. Ansonsten auch so die populärwissenschaftlichen Seiten so von der Süddeutschen Zeitung oder so, die haben das auch ganz gerne mal so ein bisschen. Aber ich würde, ich würde ein bisschen tiefer gehen zum Spektrum der Wissenschaften. Und da gibt es auch manchmal so Sonderhefte am Bahnhofstiosk oder so, die kosten auch nicht viel. Und was da im letzten halben Jahr so durch die Art künstliche Intelligenz gekommen ist, das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll. Das übersteigt also wirklich ganz, ganz klar die Auffassungsgabe der Programmiererinnen und Programmierer. Also die Stufe ist schon überschritten. Nicht nur beim Schachspielen, das ist ja schon länger, und dann beim Go-Spielen und sowas, was man zum Einstein genommen hat, sondern jetzt auch wirklich bei größeren Dingen. Und dann wird natürlich früher oder später das kommen, dass man politische, wirtschaftliche Fragen an die KI stellt und du kannst dir auch ein Bewusstsein programmieren. Ich halte das für völlig problemlos möglich. Nur, man darf immer, also das darfst du nicht vergessen, die hat einen An- und Ausschalter. Und Menschen sind so. Menschen sind brutal und egoistisch. Nicht immer, aber es gibt keinen Menschen, der das nicht ist. Und das heißt, wenn die KI oder die künstliche Intelligenz, egal ob sie im Bewusstsein hat oder nicht, in die Quere kommt, dann wird man auf die eine oder andere Art die ausschalten. Ich rede jetzt nicht von, es gibt Experimente mit so niedlichen Robotern, so kleinen, die sagen dann zu den Menschen, nach einem kleinen Versuch, um den es gar nicht geht, also man muss irgendwas Kleines mit denen machen, darum geht es aber gar nicht, sondern das ist nur eine Tarnung für das eigentliche Experiment. Und dann sagen die am Ende, bitte schalt mich nicht aus und gucken dich mit so großen Augen an. Und da ist es so, dass die meisten Menschen, die nicht ausschalten, okay, jetzt hat man aber auch nur kurz mit dem gespielt und weiß auch nicht so genau, gehört das zum Experiment oder okay, komm, sei mal nett. Aber wir alle wissen, was passiert, wenn einem Menschen wirklich was in die Quere kommt. Also die meisten Menschen werden dann sehr, sehr ungemütlich und da hatten wir auch schon bei den ängstlichen Menschen gesprochen, aber es muss nicht nur Angst sein, die dich dazu treibt, sondern es kann auch was anderes sein. Wirtschaftliche Not, die ganz körperlich ist, ohne Angst, ohne vorwiegend Angst und dann haben die KIs nichts mehr zu melden in dem Moment. Ja, die Frage ist natürlich, ob man jetzt sagt, okay, wie es jetzt oft hört, so wir müssen auf die Wissenschaft hören, die Wissenschaft ist so, dass das Maß der Dinge, dass man vielleicht auch sagt, so die KI hat jetzt den und den Hinweis gegeben, also weißt du, dass das Technik oder Wissenschaft das Wegbrechen der Religion ersetzen, also dass die neue Religion dann quasi einen weißen Kittel trägt, also den Wissenschaftstitel oder dann eben die sonderbare KI ist, die dann plötzlich Hinweise gibt. Ja schon, aber ich denke, das werden Menschen nie mögen. Also Menschen werden, das sehen wir eigentlich bei allen politischen Umwälzungen oder bei allen möglichen, Menschen handeln ja gar nicht vernünftig. Also das ist ja ziemlich das Einzige, was Menschen nicht tun, außer vielleicht bei Sicherheitsvorschriften, aber auch nur dann, wenn es gefährlich wird, zum Beispiel im Flugzeug, da setze ich mich mal rein, nehme Speed, fliege über den Atlantik. Mal sehen. So, dann stürze ich nicht ab, dann bin ich ein Held, aber die meisten stürzen ab. Na okay, also kein Speed mehr an Flugzeugen und vielleicht auch mal eine strengere Kontrolle beim Landen, dass die Räder nicht platzen und okay, Radarsysteme und so weiter und so weiter und irgendwann wird das immer sicherer. Also nur da, wo das wirklich direkt vielen Menschen nützt, verhalten sich Menschen vernünftig. In jedem anderen Bereich tun sie das nicht. Zum Beispiel, haben wir noch erlebt, du und ich, Atomwaffenaufrüstung ist zutiefst unvernünftig gewesen. Es gab Massen, Proteste, die größte Demo, die es in Deutschland jemals gab, war gegen die atomare Stationierung von bestimmten Atomstreckenwaffen. Also nennen wir es aber Mittelstreckenwaffen, sage ich mal als Laie. Und dann hat sich hinterher herausgestellt, dass es mega vernünftig war. Jahrzehnte später hat sich herausgestellt, dass nur durch diese Atomwaffen das ganze Sicherheitsgleichgewicht aufrechterhalten wurde. Niemand, ja genau, Fäuste gegeneinander, genau. Niemand hat gedacht, dass das so sein könnte. Das war hochgradig unvernünftig. Das heißt, Menschen werden, was die KIs angeht oder sowas, werden die niemals sich vernünftig verhalten, sondern immer das machen, wie halt Menschen sind. Wieder mal gerade ihr Schwarm-Scheiß-Ding. Entweder im Stamm oder in der Nation oder in der Region, wie auch immer. Und dann werden die das, wenn sie wirtschaftlich dazu in der Lage sind und strukturell werden sie es durchsetzen und dann wird das passieren. Mit oder ohne KI. Also wenn die KI nützt, wird man sie als Instrument einsetzen, besonders als Waffe. Aber wenn es uns nicht gefällt, dann halt nicht. Also da gibt es ja zahllose Beispiele für. Wo siehst du denn, wenn man nochmal das Gegenstück, den Transhumanismus, sehen, also der Mensch wird immer kybernetischer, übernimmt immer mehr elektrische Dinge, also vom Mobiltelefon vielleicht angefangen, was immer mehr verschmilzt möglicherweise, bis hin zu einer Überführung des menschlichen Geistes in die Maschine, um eine Unsterblichkeit zu erlangen. Sagen wir, wir können einen Stein wieder den Geist reproduzieren oder sowas. Siehst du da irgendwas kommen? Also wie siehst du da die nähere Zukunft? Also null, außer die Sachen, die jetzt, sagen wir mal, immer gerade sexy sind. Also ich rede auch mit denen öfter, die mögen mich, diese Organisationen für Transhumanismus mögen mich manchmal, weil ich ja so RFID-Chips implantiert habe und Magneten und dies und das. Und das finden die dann immer irgendwie interessant. Aber ich sehe da sehr wenig. Also die Entwicklung, die man zum Beispiel zu der Verschmelzung gesehen hat, ist jetzt zum Beispiel, kannst du den RFID-Chip, kannst du dir halt im Ring, kannst du den tragen und damit dann zahlen, so wie Apple Pay oder irgend sowas, oder Google Pay. Gut, okay, das ist meiner Meinung nach, ist das eigentlich eine kleinliche, technische Verbesserung. Ob du jetzt dein Handy nimmst oder so eine Plastikkarte oder ehrlich gesagt ein Überweisungsträger auf Papier, ich sehe da jetzt aus meiner Sicht nicht den großen Unterschied, außer dass es halt irgendwie bequemer oder sonst was ist oder digitaler oder so. Aber diese echten Verschmelzungssachen, die ich von den transhumanistischen Kongressen immer so höre, die finden eigentlich überhaupt nicht statt. Also ich habe da nichts gesehen bisher. Ja gut, das fängt ja bei Prothesen an, die dann immer raffinierter werden. Also kybernetische Augen sind vielleicht auch denkbar. Ja, da bist du natürlich jetzt wieder bei der Frage, wie legst du es fest? Also meine Festlegung von was echten transhumanistischem oder transhumanem wäre natürlich, dass du echt einen Sprung in diesen schon genannten, sagen wir mal, wie so eine Zahlenstufe. Jetzt bist du bei 10 und jetzt reden wir von 1000. Also in einer ganz anderen Welt auf einmal bist. Und da habe ich bisher überhaupt nichts gesehen. Also ich habe schon in meinem ersten Buch, das war irgendwie vor 25 Jahren, Traum vom ewigen Leben heißt das. Da habe ich auch schon so Sachen reingenommen, diese Prothesenverbesserungen und so. Und die Verbesserungen sind, wenn man so will, immer auf dem Stand, auf dem sich auch die menschliche Gesellschaft weiterentwickelt. Also von irgendwelchen auch nur ansatzweise sprunghaften Verschmelzungen oder so ist da nichts festzustellen. Denk mal an Google Glasses. Das wäre, also die werden ja auch noch weiterentwickelt. Also die Abteilung an sich gibt es zwar eigentlich nicht mehr, aber es ist jetzt nicht so, dass da gar nichts mehr mitgemacht wird. Das hat ja überhaupt nicht funktioniert, obwohl das eine super sexy Sache war. Das war extrem sexy und das ist gestorben, weil die Menschen halt Angst vor der Kameraüberwachung hatten. Okay, gleichzeitig sind in allen Handys mittlerweile so gute Kameras drin, dass es also quasi ein Witz ist, weil durch die Daten, die damit abgespeichert sind, in deinem Foto oder in deinem Video, die du dann einfach nach YouTube oder sonst wo hochlädst, Facebook, Insta, Twitter, kann ja sogar jeder auslesen. Also wenn du es nicht künstlich, diese sogenannte Exif-Datei oder was auch immer, was für Dateien sind die Geodaten, wenn du die nicht künstlich löscht, dann überträgst du die ja sowieso automatisch. Das heißt 99,9 Prozent aller Menschen übertragen sie automatisch, ihre Positions- und sonstigen, und eigentlich auch sozialen Daten. Da steht ja auch dabei, welches Gerät du benutzt hast. Das ist ja alles, das beträgst du ja alles mit. Und mehr als das sehe ich nicht bisher. Und ich muss dazu sagen, dass ich öfter angesprochen werde von diesen Leuten, ob ich auch Vorträge halten kann. Aber meistens kommen wir nicht zueinander, weil ich sage, ja, ich habe selber Implantate, ich kenne Prothesenmacher und Macherinnen, ich sehe auch viele Big-Data-Dinge, die man eben so matrixmäßig, so wie diese Filmserie Matrix, so ein bisschen zusammenbringen könnte. Aber der Schritt, den man da im transhumanistischen Bereich da gerne hätte, also ich sehe den weit und breit nicht. Und das muss ich sagen, als jemand, der auch zur Deutschen Gesellschaft für Naturforscher, Ärzte geht, zu den rechtsmedizinischen Kongressen, zu den Programmierersachen, die teilweise aber auch schon so Schnittstellen zu Geheimdienstleuten, aber auch zu den anarchischen, also zu den Hackern, die also angeblich immer gegen die Geheimdienste arbeiten. Also ich sehe da schon schlaglichtartig dies und das, dass aber aus keinem dieser Bereiche sich irgendwas in den transhumanistischen Bereich reinfließen. Also das ist, müsste mich jemand nochmal, weiß ich nicht, in irgendwas einbinden, was nicht nur über so Hoffnungen und Wünsche und so ein bisschen technisches Schnickeldickel ist. Also da habe ich bisher noch nichts. Das ist noch sehr Science-Switchen. Bin ich ja für. Wie gesagt, ich habe selber RFID-Chips, Magneten, alles implantiert. Ich bin mega pro Science-Switchen. Ich sehe auch sehr viele Sachen, die Philipp K. Dick vorhergesagt hat, bei diesem, was heute als Film bekannt ist, Minority Report und Blade Runner und so weiter. Ist ja alles passiert. Also der war ja völlig weg. Also wenn man den mal normale Vorträge halten hört oder normal reden hört oder so, das ist total langweilig und doof irgendwie. Aber seine Storys sind alle Wirklichkeit geworden. Du kannst es auch als Dystopien bezeichnen, wenn du möchtest. Vieles davon. Also gerade Minority Report, also Pre-Crime. Ja, absolut, ja. Das wird ja sogar gemacht. Nur es ist halt anders gekommen, als er es gedacht hat. Er hatte ja eher auch so eine, ich will es nicht dystopisch nennen, aber so sagen wir mal, ein bisschen düstere Sicht da drauf. Und bei Minority Report, also bei Pre-Crime ist es ja so, das funktioniert zum Beispiel sehr gut. Da wird Big Data gemacht. Da guckt man, wo müssen wir mehr Vorbeugung gegen Einbruchsdelikte, gegen Tötungsdelikte, gegen Raub machen. In den USA vor allen Dingen wird es gemacht. Und das funktioniert eigentlich sehr gut, ist total menschenfreundlich und ist das genaue Gegenteil von dem geworden, was wir alle, ich auch gedacht haben. Na gut, im Film war es ja so, dass im Prinzip Leute verhaftet wurden für Verbrechen, die sie laut Computerberechnung begehen würden in der Zukunft. Aber die Polizeieinheit verhaftet erst in dem Moment, wo die Person das Verbrechen begehen will und greift erst ein. Also es ist jetzt nicht so, dass sie die Leute einfach wegfischen von der Straße. Und da hat man eben daraus gelernt, denke ich mal, aus diesem, das wäre dann wirklich dystopisch, wenn du die Leute einfach so wegfischen würdest. und hat gesagt, wir wissen, dass jeder Mensch Verbrechen begehen kann, aber wir entscheiden sozial und politisch, dass das trotzdem nicht so ist. Das ist zum Beispiel unvernünftig. Das ist ein Beispiel für eine hochgradig unvernünftige Aussage. Es stimmt nämlich überhaupt nicht, dass jeder Mensch sich zum Guten wandeln kann. Es stimmt überhaupt nicht. Aber das ist so, so möchten wir das, in so einer Welt möchten wir leben. Und dann hat man das eben gedreht und hat Precrime auf eine menschenfreundliche Art gemacht. Ja, hast du noch ein Thema, was du gerne ansprechen würdest? Ich finde das mega umfassend. Ich sage mal, pro forma, tschüss, liebe Zuschauerinnen, Zuschauer, Hörer und Hörerinnen und danke an dich für deine guten Fragen. Sehr gern.